. Ich begrüße euch auch hier auf dem Biberer Berg. Hier ist der Top-Klub der Liga. SV 07 Elversberg. Jedes Jahr als absolutes Top-Team gehandelt. Und sie sind seit unzähligen Spielen, schon in der letzten Saison, ungeschlagen, der absolut härteste Brocken bis hierhin. Aber wir sind gerüstet. Und wenn ich sage wir, dann begrüße ich meinen jungen Kollegen Kaspar Laug. Hallo und herzlich willkommen. Und ich begrüße euch auch hier auf dem Biberer Berg. Zumindest jetzt auf euren Ohren. Ihr hört ihn sehr lauter im Hintergrund. Das ist die Wahl, die da wieder mächtig Stimmung macht. Ich werde euch ganz, ganz schnell die Aufstellung verlesen, bevor es hier losgeht. Also wir spielen wieder mit einem 4-4-2. Vierer Kette, also erstmal im Tor Dominik Trabant. Dann Vierer Kette aus Schikura, Ikpide, Lofric und Marcos. Das ist unsere Defensivreihe. Davor ein Mittelfeld. So erwarten wir es zumindest. Von links nach rechts Rodas, Kampagna Garic, Vetter und dann Doppelsturm. Aus Moritz Reinhardt und Netschmedin Duckfuß. Wobei Netschmedin Duckfuß wahrscheinlich so eine Mischung aus Stürmer und Spielmacher spielen wird. Dann haben wir noch ein paar Leute auf der Bank. Mario Seidel, Andes Schala, Jake Hurst, Bastian Kurz, Matthias Bisalo, Jakob Lemmer, Lukas Albrecht. Und auch unser Gast Lars hat schon gesagt, wie stark sie sind. Die SV 07 Elversberg. Aufgestellt von Horst Steffen. Haben eine schlagkräftige Elf beisammen. Im Torfang Lehmann. Dann Lukas Kohler, Oliver Oschkinat, Patrick Tragon, Manuel Feil, Luca Dürholz, das ist der Kapitän. Thomas Gösweiner, Sinan Tekerti hat schon vier Buden gemacht. Also ganz, ganz gefährlicher Mann. Dann Fabian Baumgärtel, Suero Fernandes haben wir da noch. Und Torben Rehfeld. Das ist die erste Elf, die da aufs Feld geschickt wird. Auch die haben Ersatzspieler. Erik Gründemann, Mike Exleder, Kevin Lahn, Theodros Politakis, Delangelo Williams, Tim Steinmetz und Kai Merck. Gepfiffen wird diese Partie übrigens von Nicolas Winter assistieren. Werden ihm Adrian Kokot und Patrick Simon. So, jetzt habe ich alles im Schnelldurchlauf durchgegangen, Lars. Ja, und auch heute können die aktiv mitgestalten. Ihr könnt schreiben an Fanradio. Da geben wir auch Grüße mit über den Sender. Und das haben die ersten schon getan. Nämlich die Hessenköche, die hören aus der Küche zu. Macht die drei Punkte klar. Rot-Weiße Grüße von Olli und Olli und Sergio. Also Grüße nach Rottgau. Und jetzt geht es los. Und hört nur, was hier los ist. OFC, OFC, skandieren Sie, uns fliegen die Ohren weg. Und der Bomber, der Bomber, der Bomber. Der hat sich die Kugel zurechtgelegt. Und der will, der wird jetzt anstoßen. Und ich weiß nicht, wie viele es sind. 8.500, vielleicht 9.000 Zuschauer hier. Riesenstimmung schon jetzt auf Bibersön. Und wir haben Anstoß. Und ja, dann sind wir gespannt. Jetzt geht es los. Gott mit uns, der OFC ist im Spiel. Und wir werden zuerst aufs Schießhaustor spielen. So wie wir das uns wünschen. Und dann anschließend hier aufs Biberer Tor. Das haben wir lange nicht gehabt. Die Gegner haben uns immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Heute ist es so, nach unserer Wahl. Und jetzt sind wir gespannt, ob sich das hier in drei Punkte gestalten lässt. Also die Stimmung, die ist prächtig. Und der OFC, der kommt jetzt über die erste Möglichkeit. Rechts reingeschlagen. Außennetz, Außennetz. Donnerschlag. Das war doch schon ein erster Warnschuss. Von Marco Schikura, der da reingezogen ist. Aufs kurze Eck geschossen hat. Frank Lehmann konnte zur Ecke abwehren. Und die wird Netsch mit ihm das Fuß gleich von rechts nach innen bringen. Vom Tor weg wird er den Ball reinschnibbeln. Große Leute sind da vorne. Kevinic Piedl zum Beispiel sehe ich da. Moritz Reinhardt auch immer für ein Tor. Gut, Luca Garic kommt jetzt kurz. Vielleicht ist das die Variante. Nein, der Ball kommt halb hoch rein. Segelt einen Strafraum rein. Kampagna verliert dann den Ball. Und jetzt können die Elversberger kontern. Und da sind sie wahnsinnig schnell. Linke Außenbahn. Versuchen sie so vorbei zu gehen. Ja, wir können den Konter erst mal unterbinden. Und die Elversberger werden jetzt erst mal von hinten aufbauen. Wir versuchen uns zu ordnen. Aber Elversberg kommt und da rechts außen wäre Platz. Aber sie haben sich für den Ball in die Mitte entschieden. Den können wir rausköpfen in Person von Kevinic Piedl. Und da ist jetzt Francesco Lovric. Und jetzt haben wir die Klee. Mit den eigenen Reihen erst mal gespielt. Und wir haben eine Überraschung für euch. Gleich wird Richie Weil hier zu uns kommen ans Mikrofon. Er wird ein bisschen mit Kasper hier co-kommentieren. So fünf Minuten wird der Kasper ihn so ein bisschen befragen. Und vielleicht kann er so ein bisschen was zur Aufstellung sagen. Seine Verletzung wird er bestimmt was sagen. Und auch zur Mentalität der Mannschaft. Da bin ich ganz, ganz von überzeugt. Also wir müssen es gemeinsam richten. Anders geht es ja gar nicht. Das ist ja ganz klar. Und auch heute, wie gesagt, könnt ihr schreiben an fanradio.atofc.de. Da geben wir eure Grüße mit über den Sender. Und an dieser Stelle will ich mal jemanden ganz Besonderen auch ganz besonders grüßen. Denn da schreibt nämlich der Freckel aus dem Krankenhaus. Das ist nämlich der Leiter des Fanmuseums. Servus Lars. Ich grüße aus dem Klinikum in Höhe in Hanau. Bin operiert worden an der Bandscheibe. Es ist alles gut gelaufen. Bitte grüßt mal alle Patensponsoren und Spender beim Fanmuseum. Grüße von Freckel und Sarah. Ja Freckel, ganz gute Genesungswünsche. Und ja, wir wollen es gemeinsam für dich richten. Und ja, für die, die es noch nicht gehört haben. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Und das wird ja auch Genesung erteilen sozusagen. Unsere U19, die Bundesligamannschaft der Offenbare Kickers, hat in Karlsruhe 2 zu 1 gewonnen. Vielleicht ein gutes Omen für dieses Spiel. Genau. Und ich möchte euch noch mal ins Herz legen. Schaut euch die Tabelle der U19 Bundesliga an. Region Südwest. Das macht ganz viel Spaß. Es kommt aber erstmal Elversberg. Linke Außenbahn. Misslückter Befreiungsschlag von uns. Jetzt kommt die Flanke rein in die Mitte. Aber die, die ist ungefährlich. Geht an Freund und Feind vorbei. Und da hat Manolo Rodas jetzt erstmal die Kugel. Steigt auf den Ball. Zieht zurück. Ronny Marcos. Wir werden jetzt erstmal quasi am eigenen Strafraum das Spiel kontrollieren. Und jetzt gibt's, ja was gibt's. Jetzt Befreiungsschlag Ronny Marcos, weil Elversberg ein bisschen draufgepresst hat. Es ist ein bisschen hektisch die Anfangsphase. Noch wenig klare Bälle. Aber das haben wir auch nicht anders erwartet. Bei zwei so ambitionierten Mannschaften. Die werden sich versuchen gegenseitig auf den Füßen zu stehen. Wir haben jetzt erstmal einen Wurf vor der Trainerbank von Daniel Steuernagel. Ronny Marcos. Linke Außenbahn. Wird den bringen. Schaut, wo wirft er hin. Jetzt bietet sich Luka Karic an. Aber die Elversberger stellen das ganz gut zu. Jetzt kommt der weite Einwurf Richtung Moritz Reinhardt. Aber da verschätzt er sich leider. Aber der zweite Ball ist bei uns. Mike Vetter. Jetzt schlagen wir den Ball wieder nach vorne. Netzschmidt. Nachfuß hat sich davon gestohlen. Nachfuß. Klasse gemacht. Mit dem ganzen Körper davor gestellt. Und das ist die Möglichkeit jetzt immer. Ja, die linke Seite. Aber dann rechts reingespielt. Und da ist niemand, niemand, niemand. Und so geht der Ball erstmal ins Seitenhaus. Aber der OFC zeigt dann, dass er hier zu Hause ist. Und dass er hier auch richtig Gas geben will. Auf jeden Fall. Druckvoller Beginn vom OFC. Aber auch ebenso druckvoll von Elversberg. Die gehen auch früh drauf. Versuchen uns auch früh zu stören. Und halt schnelles Umschaltspieler. Sind sie wirklich schnell. Ja, da geht da prächtig vorbei. Luigi Campagna. Der kann sich nur mit einem Faul helfen. Gibt zum Glück keine gelbe Karte. Das war dann mit der Nummer 22. Soero Fernandes. Sehr agil wirkt er da. Sehr giftig. Sehr schnell. Also hat Luigi Campagna einen richtig, richtig schwierigen Gegenspieler erwischt. Und ja, da läuft er ihm jetzt gerade auch mal die Kugel ab. Jetzt ist Francesco Lofric am Ball. Spielt auf Ronny Marcos. Aber der musste mal ins Ausgehen lassen. Weil die Elversberger richtig draufpressen. Also wir haben hier zwei Mannschaften, die die Kugel so schnell wie möglich zurückhaben wollen, wenn sie sie verlieren. Jetzt erstmal ein Wurf. Nummer 2. Lukas Kohler wirft rein Richtung Strafraum. Jetzt schön rausgelegt von Soero Fernandes. Linke Außenmann. Jetzt kann die Flanke kommen. Nein, das wird ein Gewaltschuss aber weit über. Okay, da habe ich hier Grüße zu bestellen. Auf geht's Kickers. Viele Grüße aus. Besonders an dick und durstig schreibt Michael Rhein. Das haben wir hier mit erledigt. Und dann haben wir die gerne Linde Hübel. Die grüßt ja, lassen wir mal schauen. Hallo Lars, hallo Kasper. Heute aus dem wunderschönen Tirol. Mein Zottelchen hatte am Mittwoch seinen 60. Geburtstag. Im Nachhinein noch alles Gute. So und pappelt uns den Dreier rein. Wir sind ja sowas von empfänglich. Ganz liebe Grüße. Von der Gerli aus Österreich. Ländepunkte natürlich. Ans rot-weiße Österreich. Ja, und herzlichen Glückwunsch an den Zottel. 60. Ja, Mensch, der sieht doch glatt aus wie 59,5, oder? Ja, so wie du eigentlich, oder? Ja, da, da, da. Aus die 59,5. Der Kasper wird immer frecher, immer frecher. Wird Zeit, dass ich mit einem anderen hier bei erziehe, du. Sowas. So, dann haben wir hier noch was Schönes. Hallo liebes Fanradio-Team. Könntet ihr heute, äh, ich kann heute nicht im Stadion dabei sein. Grüße den Björn und die Clique im Block 2. Rot-weiße Grüße aus Nesmerzil in Ostfriesland von Annika und Reinhold. Also der Ostfrieser an sich, der ist ja sowieso Kickers-Fan. Genau. Und ich kann euch nochmal was ganz exklusives... Oh, jetzt wird Mike Vetter da erstmal umgehauen im Luftzweikampf und bleibt da liegen. Ich kann euch was bestätigen. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub in Ägypten gemacht. Und ich kann bestätigen, ich war vor Ort auch der Ägypter an sich. Der ist auch Kickers-Fan. Ja, also die alten Ägypter haben schon, äh, 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 also tausende Jahre vor Christus haben die schon OFC Fanradio gehört. Ah ja, klar, klar, vollkommen klar. Damals haben wir schon live gesendet von der Eröffnung der Cheops-Pyramide. Ja. Da waren wir live dabei mit Bild und Ton. Also, für die Linderpunkte, Grüße aus Lettland an das ganze Team von Thomas Ohanker. Das ist unser wertvoller, wertvoller Mitarbeiter beim Fanradio und Kickers TV. Der ist jetzt gerade mal in Urlaub in Lettland grüßt er. Und sein Töchterchen, die strahlt hier neben uns, äh, und die ist auch empfänglich, äh, was das 1 zu 0 angeht. Und der Kasper sowieso und ich auch. Und jetzt, äh, könnte es nämlich auch klingeln. Denn es gibt jetzt Freistoß, auch wenn es noch 44 Meter bis zum Tor sind. Bei einer zentralen Position. Da kommt er vorne reingeflogen. Auf dem ersten Pfosten. Da steige er erst einmal hoch. Allerdings, kein Problem dort hinten. Erst einmal. Und Manolo Rodas, der will einwerfen. Ne, ne. Marcos wird das machen. Also der Mann mit der Nummer 31. Beides Neuzugänge. Jetzt suchen sie hier vielleicht Garic oder doch Rodas. Schauen wir mal. Oder vielleicht Vetter. Der bietet sich an. Genau. Ja. Das hat er gut gemacht. Schnell abgelegt. Ja. Und Lovric muss hinten rum spielen. Und zwar flach. Er kann es ja vor allen Dingen auch in der Luft. Der ist ja unsere Luftwaffe. Der Lovric-Bomber. Also nachdem es ja gegen Ahlen mit dem Siegtreffer nicht ganz geklappt hat, hat er das einfach gegen Hoffenheim ganz frech nochmal versucht. Und da war es dann endlich von Erfolg. Oh, was war das denn? Ich habe da jetzt nichts gesehen. Das muss nichts heißen. Vielleicht gab es da so einen kleinen Ellbogen-Check. Das möchte Maik jetzt nicht unterstellen. Aber das wäre die einzige Erklärung für das zu Boden gehen vom Kollegen von Tobias Rehfeld. Man mit der Nummer 33. Großgewachsener Innenverteidiger. Generell auch der andere Innenverteidiger, Oliver Oschkin, hat auch groß gewachsen. Ist eine sehr wuchtige Truppe, die Elversberger. Da auch mit der Nummer 9. Thomas Gösweiner da vorne drin. Das ist schon alles sehr gefährlich. Und da hoffen wir, dass wir da unbeschadet davon kommen und unsererseits noch 1, 2 Buden machen können. Das wäre sehr zur Freude der gut gefüllten Waldemar da hinten. Zuschauertipps haben wir noch gar nicht offiziell verkündet, was wir da getippt haben. Ich kann es ruhig mal verlesen, wie wir getippt haben, die Zuschauer. Und dann sind wir mal gespannt, wie sich das heute hier gestaltet. Jetzt erst einmal ein Wurf für Elversberg. Also der Lars hat auf 8500, ich habe auf 9001 Zuschauer getippt. Also wir beide glauben nicht, dass die 10.000 Marke geknackt wird. Lassen uns aber natürlich sehr gerne eines Besseren belehren. Die Kollegen, die waren optimistischer als wir, gell? Ja, aus dem Medienteam, da wurde einmal von der, beziehungsweise die Laia aus dem Fanradio-Team hat auf 10.000 schippt. Und jetzt haben wir unseren Interviewgast, der Richard Weil ist bei uns. Gute, schön, dass du da bist. Lieber Richard. Und natürlich die allererste und wichtigste Frage ist, wie es dir gerade jetzt geht körperlich? Momentan ganz gut. Also die Schmerzen, die ich noch vor einer Woche hatte, die sind jetzt so weit weg beim Gehen. Jetzt müssen wir einfach von Woche zu Woche gucken. Da wollte ich dich jetzt nämlich auch gerade nachfragen. Also wenn was Wichtiges passiert, halten wir uns natürlich auf dem Laufenden. Aber jetzt erstmal die Frage, die Verletzung kannte ich persönlich noch nicht. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Als die Diagnose vom Doc Yonelight kam, was hast du damit anfangen können? Kannst du die schon? Nein, also persönlich nicht. Die kommt ja nicht so oft im Fußball vor die Verletzung. Es war so, dass ich direkt beim Zweikampf gemerkt habe, dass was kaputt ist. Ich habe dann gehofft, dass nur Flüssigkeit im Knie ist. Ja, aber leider ist dem nicht so. Ja, damit gilt es jetzt umzugehen. Ich hatte schon mal so einen Teilabriss von der Sehne im Hüftbeuger und weiß damit umzugehen. Und wie gesagt, ich gucke, dass ich Stück für Stück jetzt meine Reha steigern kann. Und dann gucken wir mal, wie es mit den Schmerzen ist. Der UFC jetzt gerade mit einem Freistoß in die Hälfte der Elversberger. Wie war denn das ganze Prozedere? Das heißt, danach ging es direkt zum Doc und dann, wie ging es dann weiter? Ja gut, wir haben dann diverse Untersuchungen gemacht, wo dann letzten Endes im Kernspint und die Diagnose dann festgestellt wurde. Ja, aber ganz normal. Also es war jetzt nichts Weltbewegendes. Und ja, jetzt haben wir ein Reha-Programm zusammengestellt. Und ja, an dieses Programm halte ich mich jetzt. An der Stelle wollen wir dann auch nochmal dem Dr. Joneleit und der Orthoklinik danken für den fleißigen Einsatz an der Stelle. Ja, wie geht es dir jetzt, wenn du jetzt aufs Feld guckst? Ist wahrscheinlich auch Wehmut dabei, oder? Ja, natürlich. Man will als Fußballer immer auf dem Platz stehen. Will der Mannschaft helfen. Das kann ich jetzt leider nicht. Ich versuche es so gut es geht außerhalb vom Platz ein bisschen auf die Mannschaft Einfluss zu nehmen, die Jungs zu pushen. Weil wir sind eine geile Truppe. Wir können vieles erreichen dieses Jahr. Ja. Und dann schauen wir mal. Wenn wir jetzt zum ersten Mal hier beim Fernrad durch tatsächliche Fußballkompetenz sitzen haben, wollen wir das natürlich auf jeden Fall nutzen. Zehn, elf Minuten sind jetzt rum. Wie siehst du das Spiel bis hierhin? Ja, es ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Momentan ist es ziemlich fahrig. Ja. Ja. Jetzt holt Netschnackfuß gerade den Ball noch auf den linken Außenmann. Jetzt könnte er vielleicht den Ball mal in die Mitte reinbringen. Dreht sich am Gegenspieler herum. Jetzt kommt die Flanke hinein Richtung Mike Vetter. Rausgeköpft und dann gibt es erstmal Offensivfoul. Sehr zum Unmut der Zuschauer. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Sorry. Nee, kein Problem. War auch kein Foul. Ich glaube, es waren gerade die beiden eigenen Spieler, die sich über den Haufen gerannt haben. Ja, momentan ist ziemlich viel zwischen den 16ern los. Ziemlich viele Ballverluste auf beiden Seiten oder ungenaues Passspiel. Ja. Wir müssen ein bisschen ruhiger werden am Ball. Aber wie gesagt, ich denke, es ist ein Topspiel. Beide Mannschaften wollen nicht so viel Risiko gehen. Ja. Wird interessant jetzt. Das heißt, Ruhe am Ball. Gibt es noch weitere Dinge, auf die es in diesem Spiel ankommt? Was macht heute den Unterschied? Ich denke mal, dass die Mannschaft, die in Führung geht, ein großes Plus hat. Es gilt natürlich so lange wie möglich die Null zu halten. Am besten das ganze Spiel. Aber wir sind gut vorbereitet. Ja. Auch auf den Gegner. Wir wissen, dass es eine spielstarke Mannschaft ist. Dass wir über Umschaltbewegungen kommen können. Ich denke, dass wir aber auch noch unsere Chancen bekommen werden. Gut. Jetzt schauen wir erstmal Elversberg. Linke Außenbahn. Aber abseits entschieden vom Linienrichter. Ja. Was glaubst du, wie ist das jetzt der Job für Francesco Lofric und Kevin Nick Piede? Das ist, glaub ich, schon eine besondere Herausforderung, wenn du nur 30, 40 Minuten zusammengespielt hast bisher, oder? Ja, natürlich. Aber wir wissen, was beide können. Vor allem Franci mit seiner Ruhe am Ball. Der kann uns da hinten Stabilität verleihen. Ja, der ist richtig gut. Der ist auch abgezockt und erfahren. Kevin hat seine Sache in Hoffenheim sehr stabil gemacht. Ja, ich denke, dass wir ihm da vollstes Vertrauen schenken können und dass er heute auch eine gute Partie machen wird. Wir sehen jetzt aber schon so in diesen 12, 13 Minuten, jetzt haben wir gerade Einwurf, eigene Hälfte, Elversberg sehr, sehr spielspark, sehr trickreich, sehr gut in den Zweikämpfen tatsächlich. Also, das ist tatsächlich eine sehr starke Mannschaft. Habt ihr euch da auch schon ganz individuell auf die einzelnen Spieler vorbereitet? Ja, natürlich. Also, summa summarum ist es eine gute Mannschaft, nicht mehr und nicht weniger. Ich denke, dass wir von der Qualität der Einzelspieler da nicht lächer besetzt sind. Heute gilt es sich in den 1 gegen 1 Duellen gerade vorne dann in der Box sich zu beweisen. Und ich denke, dass wir uns da durchsetzen können und ja, dass wir das Spiel heute auf jeden Fall erfolgreich gestalten werden. Das hoffen wir doch auch alle. Schauen wir erstmal wieder aufs Spielfeld. Da haben wir gerade einen Einwurf tief in der eigenen Hälfte. Marco Chicora ist da hinten. Schaut, wo kann er sich anbieten. Hast du dem Luca Garic eigentlich ein, zwei Worte auf den Weg gegeben, da er jetzt wahrscheinlich häufiger an deiner Stelle spielen wird? Oder weiß der schon, was er zu tun hat? Ja, Luca ist ein sehr guter Fußballer. Ja, der weiß ganz genau, was er mit dem Ball anfangen muss. Der kann Spiel, kann Spieltempo bestimmen innerhalb des Spiels. Wird sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor werden. Ja. Jetzt kommen wir aber erstmal über linke Seite. Ronny Marcos wird da abgegrätscht. Ich würde sagen, aber gerade, ja, Schiedsrichter entscheidet auf Einwurf. Ich denke, das ist in Ordnung als Entscheidung. Aber jetzt wird Duckfuß umgehauen und jetzt gibt es den Freistoß. Und bei den Freistoßen haben wir ja eine ordentliche Wucht, ja? Ja, ich denke, dass wir bei Standards sehr gefährlich sind. Wir haben schon ein paar Standard-Tore gemacht. Ich glaube, vier an der Zahl. Wenn wir den Elfmeter nehmen, fünf und das sind acht Toren. Schauen wir mal. Vielleicht können wir ja jetzt direkt, vielleicht sehen wir jetzt direkt das 1-0. Aber wenn du magst, kannst du natürlich gerne hinein kommentieren. Haha. Also ich gehe mal davon aus, dass Netsch jetzt den Freistoß schießt. Manolo läuft rüber, Netsch bringt den Ball in die Box. Zu weit. Ja, zu weit. Das siehst du aber, glaube ich, auch immer eine halbe Sekunde früher, als ich, wie der Ball da reinkommt. Hast du einfach ein besseres Auge als wir. Aber ja, tatsächlich landete dann direkt in den Armen von Frank Lehmann. Kann ja auch nicht immer klappen. Aber das ist wirklich einfach schon eine beeindruckende Stärke, die ihr da habt. Merkt ihr dann schon, dass zum Beispiel die Gegner ein bisschen anders verteidigen? Freistoßen gegen euch ist da mehr Respekt? Versuchen die weniger Freistoße zu ziehen? Merkt man das im Spiel dann schon? Boah, das weiß ich gar nicht so genau. Ich denke schon, dass die Gegner wissen, dass wir über Standards eine entsprechende Bucht haben. Ich denke auch, dass sie sich da genau auf uns einstellen werden. Aber ja, wir können uns da an jedem Zweikampf durchsetzen. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass heute ein Standard auch ein Dosenöffner sein kann. Das wäre natürlich zu unserer aller Freude. Und ja gut, hast du denn schon irgendeinen Torschützen-Tipp, falls wir heute wieder einen erfolgreichen Standort haben? Jetzt kommt der erst mal Netsch, Starkfuß. Kann er sich da vielleicht durchsetzen? Ja gut, das ist die Entscheidung des Schiedsrichters. Das kann ich nachvollziehen. Er war im Zweikampf. Der Duckfuß vielleicht ein bisschen sehr motiviert. Ich denke, das kann man ruhig abpfeifen, oder? Ja, der Verteidiger macht es clever. Ja, hat sich da gut und clever verhalten. Leichter Zupfer. Ja, pfeift jeder Schiedsrichter das Foul. Jetzt kommen wir erst mal im Zentrum. Moritz Reinhardt, der Bomber-Mannschafts-intern und auch schon Mannschaft-Externs wird er genannt. Auskommen. Spiel durch. Agarisch geht durchs Zentrum, durch. Leider nicht ganz die richtige Entscheidung. Linksaußen wäre er Platz gewesen. Hat er leider nicht gesehen. Jetzt der Antritt von Suero Fernandes. Das ist ein sehr, sehr quirliger Mann. Ich glaube, da wird der Kampagne eine Menge Arbeit mit dem haben. Ja, ist ein sehr spielstarker Zehner, der sich immer zwischen die Räume fallen lässt oder in die Räume fallen lässt. Auf dem müssen wir aufpassen. Ihn und Tekechi. Tekechi kenne ich auch noch aus meiner Zeit in der dritten Liga. Ist ein ziemlich spielstarker Mannschaft. Also vorne sind sie schon sehr, sehr gut besetzt. Hinten haben sie ein bisschen Probleme mit dem Tempo. Ich hoffe, dass wir das dann ausnutzen können. Ja, schauen wir mal. Das ist ja durchaus bei... Oh, Dackfuß jetzt schön mit dem Hackentrick links rausgelegt. Manolo Rodas. Jetzt können die Flanke in die Mitte kommen Richtung Moritz Reinhardt. Ah, schade. Da war der Innenverteidiger, der Elversberger, weggerutscht. Aber Moritz Reinhardt kam leider nicht mehr ganz am Ball. Wir bleiben aber trotzdem in der Angriffsbewegung. Linke Außenbahn. Manolo Rodas schaut jetzt, wo kann er hinspielen. Dackfuß im Zusammenspiel. Jetzt schnickt er sich den Ball einmal vor. Schön in die Mitte gespielt auf Moritz Reinhardt. Kann er sich ja durchsetzen. Jetzt den Abschluss. Aber leider abgeblockt. Und wenn der durchgekommen wäre, hätte es gebrannt wahrscheinlich. Aber jetzt kommt erstmal Elversberg, linke Außenbahn. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, das war Lovric da hinten, der den Ball abgelaufen hat. Ich würde sagen, die Fans haben schon ordentlich Spaß an euch. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man heute wieder die Atmosphäre sieht, ist es einfach überragend. Die Stimmung hier. Ich denke mal, das Wetter passt auch noch, um heute Fußball zu gucken. Ja. Und das gilt es auf jeden Fall mitzunehmen. Und ich denke, dass es ein großes Plus ist, was wir hier für eine Wand hinter uns haben. Ja. Und ja, die tragen uns dann immer wieder auch gerade mal in Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Aber jetzt läuft es tatsächlich. Manolo Rodas, jetzt linke Außenbahn, versucht er da durchzukommen. Aber, aber, aber. Es häufen sich doch jetzt die Angriffsbewegungen bei uns. Ballbesitz wächst auf unserer Seite. Jetzt gerade haben wir uns den Ball über die Innenverteidigung zuschieben. Es ist bombenlaut gerade. Ich möchte noch kurze Gelegenheiten nutzen. Wir haben immer traditionell tippen wir die Zuschauerzahl. Magst du auch mal einen Tipp abgeben? Und was schätzt du, wie viel werden es heute sein? Also ich hoffe ja, dass wir bei, dass wir auf 9000 kommen. Aber mein Tipp ist, dass wir 8700, äh, rot. Damit reißt du dich genau in der Mitte zwischen mir und Lars ein. Da sind wir mal gespannt, wer am Ende recht hat. Recht hat. Kampagne räumt derweil seinen Lieblingsgegenspieler, Suero Fernandes, einmal ab. Gibt's Freistoß für Elversberg. Und wenn Freistoße in der Offensive eine Qualität von euch sind, muss man ja auch sagen, auch defensiv. Macht ihr da einen ganz guten Eindruck bei den Freistoßen? Ja, wir stehen hinten ziemlich stabil. Ähm, lassen dem Gegner kaum Möglichkeiten zu, auch bei Standards. Machen es eigentlich sehr, sehr souverän. Ich, ähm, ja, hab da vollstes Vertrauen, dass wir das heute auch so regeln werden. Was kann man sagen, wovon hängt das ab, ob eine Mannschaft hinten dicht steht und wenig zulässt? Gibt's da so ein, zwei simple Faktoren, an denen man das festmachen kann? Ja, ich denke, dass wir uns gegenseitig sehr vertrauen, ähm, dass jeder weiß, was der andere zu tun hat, was der andere macht. Und, ähm, ja, bei Standards ist immer wichtig, wir verteidigen ja in der Raumdeckung, dass jeder seinen Raum besetzt, dass er in den Ball geht bei Standards. Und das machen wir bis jetzt richtig gut. Gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich, dass du hier zu uns gekommen bist. Ein bisschen Einblick gegeben hast, vielleicht noch zum Schluss. Drei Monate sind's jetzt, die du brauchst, bis du wieder ins Training einsteigen kannst? Also drei Monate, äh, eigentlich, bis ich, äh, wieder auf dem Platz stehen kann. Ähm, ich will da jetzt auch, äh, nicht irgendwie vorgreifen. Ähm, ich hab die Erfahrung, oder gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich, ähm, dass ich von Woche zu Woche gucke und dann, äh, das immer, das immer steigern kann. Ja. Diesmal schauen, Ballverlust am eigenen 16. Jetzt kommt der Abschluss von Suero Fernandes. Ja. Gut. Ähm, ne, und, äh, ich werde einfach gucken jetzt, und, ähm, ja, wenn's zwölf Wochen sind, sind's zwölf. Wenn's schneller geht, dann, äh, äh, freu ich mich. Ja, aber, ähm, jetzt gilt es, als Mannschaft zusammenzustehen. Ausfälle gibt's immer wieder, Verletzungen passieren immer wieder. Und dafür sind wir eine Mannschaft, dafür haben wir 25 Mann im Kader, äh, die das kompensieren können. Und, äh, wir haben eine richtig gute Mannschaft, auch in der Breite. Und, äh, ja, ich denke, dass die, äh, die Jungs mich da gut vertreten werden. Das nehmen wir doch mal als perfektes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Richard Weil. Schönen lieben Dank, dass du hier warst. Und ich hoffe, du hast noch Spaß, dann haben wir wahrscheinlich auch Spaß, wenn wir hier ein schönes Spiel erleben. Und dann nimmt jetzt der Lars Kistner neben mir Platz wieder mit nur unwesentlich weniger Ahnung vom Fußball wahrscheinlich. Wir zwei sind ja auch Experten, was das Runde Leder angeht. Jetzt kommt aber erst mal wieder an uns nach, gell, jetzt wollen wir mal schauen. Die Elbersberger kommen über die rechte Seite. Und da kommt die Flanke, gefährlich rein, Kopfball! Knapp übers Tor, Donnerschlag war das gefährlich. Über den Querbalken, links senkte sich der Ball. Oh, 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 die beste Möglichkeit jetzt hier für Elbersberger. Auch wenn der OFC ein ganz, ganz gefälliges Kombinationsspiel hier aufzieht. Spielerisch, da haben die Zuschauer hier manchmal mit der Zunge geschnalzt. Also das sieht ganz klasse aus, was der OFC spielt. Aber immer wieder mal die Elbersberger mit so einem Todesstoß, in Anführungsstrichen, Todesstoß will ich nicht sagen, aber so einem Stichelei sozusagen. Und jetzt kommen sie erneut. Also aufpassen, aufpassen. Da vorm Strafraum immer noch nicht geklärt. Rabant steigt hoch. Hat ihn! Hat ihn, hat ihn, hat ihn! Und da gibt es Applaus. Und jetzt soll es schnell gehen, weit abgeschlagen. Also dann, äh, der OFC, ja, das erste Mal ein bisschen in Unterzahl, denn die Elbersberger haben da gut zugestellt. Ja, ich konnte leider nichts hören von dem, was du mit Richie Weil besprochen hast, aber ich gehe davon aus, und so kenne ich dich, so kenne ich ihn. Wenn zwei Kompetenzen dort aufeinandertreffen, dann wird das ein gutes, unterhaltsames, kompetentes Gespräch gewesen sein. So ist es. Oh, jetzt räumt Campagna sein Lieblings-Gegenspieler, Eurofernandes, ab. Und jetzt an der gelben Karte muss man sagen, hat er gearbeitet. Er hat ja schon einige Szenen gehabt, ja. Und jetzt hat er halt die gelbe bekommen, das war nur eine Frage der Zeit. Und dann muss man gerade eben noch ein zweites Mal loswerden nochmal. Ganz einfach herzlichen Dank an unsere medizinische Abteilung, die da so hervorragende Arbeit leisten bei Spielern wie Richard Weil. Dr. Joneleit, der das Ganze managt und meistert, ist ja auch Mitinhaber der Orthoklinik hier in Offenbach. Und ich kann dir was sagen, Kasper, ich könnte eigentlich gar nicht hier sitzen, wenn es ihn nicht gäbe. Ich habe am Sonntag, bin ich mit dem Auto gefahren und auf einmal, als ich zu Hause war, derart Schmerzen im Rücken gehabt, bin dann Montag gleich in die Orthoklinik zu ihm, zum Vereinsarzt. Und der hat mir eine Spritze reingejagt, bin wieder topfit, also der hat magische Hände. Das ist schön zu hören, die soll er auch gerne bei Richard Weil einsetzen. Jetzt schauen wir erstmal, Freistoß Elversberg, über die Mauer gehoben an den Pfosten! Uiuiuiui, 30 Meter Krachernachschuss, rausgeschlagen jetzt von Lofric. Aber der Schuss, das war ein richtig klasse Freistoß an den Pfosten, der Wettrahrband nicht mehr ganz rangekommen. Das war richtig, richtig stark gemacht. Auf jeden Fall, zwei riesen Chancen jetzt für Elversberg, einmal aus dem Spiel heraus. Und dann jetzt mit dem Standard-Donnerschlag sind die kreuzgefährlich, ganz klar. Einmal knapp über den Querbalken und eben hat es dann eben auch das Metall sozusagen typiert. Also das war schon sehr, sehr gefährlich. Und da kommen sie erneut, die Elversberger! Aufpassen, aufpassen im Strafraum hinten raus! Nachdem der UFC jetzt so zehn ganz, ganz starke Minuten hatte, muss man sagen, ist Elversberg jetzt am Drücker. Ja, aber das ist generell so der Trend dieses Spiels. Es wogte hin und her, mal hat eine Mannschaft eine Druckphase, mal die andere. Aber es fällt auf jeden Fall auf. Elversberg individuell wahnsinnig stark gesetzt. Was die da an Zweikämpfen führen können, ist schon richtig klasse. Auch jetzt wieder schöner Ball in die Tiefe rein. Jetzt setzt er sich da durch, das ist Göstweiner. Aber Francesco Lofric holt sich den Ball. Linke Außenbahn, Rodas, ja, der versucht jetzt erstmal zu behaupten. Ja, die Elversberger aber im Gegenpressing ganz gefährlich. Und jetzt kommen sie schon wieder über den Acht, über den Kapitän. Zieht er dann in die Mitte, geht am ersten vorbei an Mike Vetter. Das ist ein bisschen her. Nein, 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 nein. Da gibt es jetzt einen Freistoß und da habe ich nichts aber auch gar nichts gesehen. Zentrale Position gar nicht schlecht. Jetzt die Position aus Elversberger Seite. Da bin ich gespannt, ob sie dort einen echten Experten haben. Ja, das ist wohl wahr. Ja, ich würde sagen 22 Meter und 44 Zentimeter. Zentrale Position. Halb rechts versetzt, ein ganz bisschen rechts versetzt. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Das kann wieder kreuzgefährlich werden. 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 Lass die drei Punkte offen machen. Wenn es nicht läuft, quatsch das Ding einfach rein. Mein Zuschauertipp 8617. Rot-weiße Grüße von Tobi aus Aschaffenburg. Auch an Ritchie, weil gute Besserung. Jetzt schauen wir hin. Jetzt gibt es hier beim Scheri noch einiges an Gesprächsbedarf. Der malt jetzt hier unten eine Linie hin. Ja, über die Schuhe sozusagen. Die Mauer steht schon ganz schön weit weg. Fällt mir mal gerade so auf. Aber was ist das? Was? Für was denn? Dem ist halt einfach auch aufgefallen, dass unsere Spieler ganz schön weit weg stehen müssen vom Freistoß. Das ist schon eine ordentliche Distanz. Es sind keine neun Meter, es sind ein bisschen mehr. Aber gut, wie auch immer. Jetzt kommt der Tor. Ah, Lattefosten! Meine Herren, meine Herren, zum zweiten Mal retten uns das Aluminium. Der Tor ist ein ganz schönes Donnerschlag. Oh, 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 oh. Hat der OFC hier 10, 15 ganz, ganz starke Minuten gehabt. So müssen wir den letzten zwei Minuten sagen. Glück gehabt, dass wir nicht zurückliegen. Unglaublich stark, was Elversberg hier mit den Standards vollführt hat. Ja, die sind auch eine gute Standardmannschaft. Nicht nur wir können die ganz ordentlich treten. Auch die Elversberger. Jetzt gibt es aber erstmal eine Trinkpause. Die sollte uns gelegen kommen, um mal den Schrecken zu verdauen hier. Ja, da habe ich das hier noch von Tobias Rodriguez aus Aschaffenburg zu Ende zu führen. Wie gesagt, auch Grüße an Richie Weil. Gute Besserung. Ja, und du kannst vielleicht für mich nochmal ganz kurz zusammenfassen im Wesentlichen, was Richie Weil denn so gesagt hat im Interview? Ja, also die Verletzung hörte er, glaube ich, auch zum ersten Mal. Die war ihm auch neu. Kann zumindest wieder gehen. Ich denke, in drei Monaten will er wieder so weit sein, dass er theoretisch auf dem Platz stehen kann. Muss halt aber schauen, wie das dann geht. Er schaut dann von Woche zu Woche mit der Entwicklung. Ist jetzt in der Reha. Hat noch einen Zuschauertipp abgegeben, Lars. 8700 Zuschauer. Das ist so die Mitte zwischen uns beiden. Genau. Also, mal schauen, ob er da Recht behält. Okay, und ich habe hier noch weitere Grüße, liebe Sofzifanradio-Team. Liebe Grüße in Rot-Weiß. Und Punkte bleiben in Offenbach. Gebt alles wie unsere Elf, dann wird es klappen. Und wir haben jetzt noch ein paar Mal. Und jetzt haben wir noch ein paar Mal. Und jetzt haben wir noch ein paar Mal. Und jetzt habe ich hier das Mail verloren. Von Hamlet Bambel. Also, der grüßt hier Hans-Joachim Petry. Und wenn wir jetzt gerade bei Richard Weil waren, den wir hier im Kurzinterview haben, hatten, die langen Form dieses Interviews sozusagen. Und jetzt die elegante Überleitung machen. Gibt es im Funkelnagelneuen Erwin, der ab heute zum Verkauf steht. Da haben wir ein intensives und ausführliches Interview. Wahnsinnig spannend mit Richard Weil gehabt. Ein echtes Muss, der Erwin. Also, eure Betragung ist wie immer klasse. Und mitreisen lasst bitte den Sieg auf dem Wiberer Berg. Mein Mann Karl-Heinz und Jasmin und Dani sind mit dem Rad von Dreieichenhoffenbach, um sich das Spiel live anzusehen. Also, und du hörst es dir sozusagen live an. Also, herzliche Grüße. Und, äh, die Gerli, die hatten wir schon. Aus Tirol grüßend. Ja, und das hier noch nicht weitergeht, sagen wir es noch mal. Wir brauchen eure Unterstützung. 40 Euro braucht es von dir, der du gerade Fanradio hörst. Dann können wir für euch weitermachen. Wir wollen das durchziehen die ganze Saison. 30 Spieltage sind finanziert. Das heißt, wir brauchen noch 30 Unterstützer. 30, das sollten wir doch hinkriegen. Dann gib dir jetzt einen Ruck. Und dann brauchen wir bald gar nicht mehr darüber zu reden. Dann ist alles finanziert und wir können uns entspannt in Anführungszeichen zurücklehnen, wenn es denn das beim UFC jemals gegeben hätte. Äh, was ja so gar nicht möglich ist. Aber dann können wir weiter für euch Fanradio machen. Wem das auf einen Schlag zu viel ist, geht auch zweimal 20 Euro Vorrunde, Rückrunde. Oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro. Kontoverbindung ist eingeblendet unten im Laufband oder eben auch auf der Fanradio-Website zu sehen. Fanradio-ofc.de Also, jetzt aber Elvers Becker 1 zu 0. Eieieiei! Da sprang der Ball zu ihm. Und er hält einfach mal drauf. Mal gucken, was jetzt passiert. Und dann senkt er sich rechts ins Tor. Das waren gut und gerne 23, 24 Meter diagonal zum Tor. Damit hat er selbst nicht gerechnet. A, dass er ihn bekommt. B, dass er ihn so trifft. Und C, dass er so einschlägt. Aber am Ende war es ein schönes Tor. Und nicht ganz ungerechtfertigt. Denn die Elvers Becker, sie hatten die besseren Möglichkeiten. 1 zu 0, Elvers Berg vorn. Das war sehr überraschend, dieses Tor tatsächlich. In dem Moment, dass ich kurz runtergeguckt habe. Und das Tor leider verpasst habe. Zum Glück hat es der Lars hier rechts neben mir geschildert. Ja, und jetzt jetzt also 1 zu 0 für die Elven. Muss man sagen, es kam nicht ganz aus dem Nichts. Dankeschön. Jetzt bekommen wir gerade noch mal eine Bierlieferung. Vielleicht zur Aufheiterung mit den Worten versehen. Damit das hier noch was wird. Bei uns. Ja, also die Kehle soll gewässert werden. Damit wir das Ding gleich reinbabbeln können. Zum 1 zu 1. So zumindest unser Plan. Hoffen wir, dass es so was wird. Jetzt kommt aber erstmal der OFC. Moritz Reinhardt versucht da in die Tiefe auf Netschmedin Duckfuß zu spielen. Der geht da tatsächlich in den Strafraum rein. Abschluss in die Mitte Richtung Manolo Rodas. Tanzt der Ball da durch den Strafraum. Aber kein Abnehmer vorhandeln. Und jetzt das nächste Foul. Aber wir kriegen nochmal den Ball in den Strafraum. Aber ich kann nicht verstehen, wie der Schiedsrichter da nicht auf Freistoß entscheiden kann. Das war für mich doch schon ein klares Foul an Ronny Marcos. Das wäre eine gute Freistoßposition geworden. Jetzt haben wir aber erstmal einen Wurf linker Außenbahn. Ronny Marcos. Schaut, wo wirft er hin. Netschmedin Duckfuß bietet sich an. Auch Luca Garic ist da vor Ort. Mike Vetter kommt jetzt kurz. Lässt Pralle in Richtung Garic. Jetzt versuchen wir uns da durchzukombinieren. Aber Elvas Berg schon wieder dazwischen. Jetzt könnten sie kontern. Aber Lofric hat aufgepasst. Kann der Ball erstmal wieder rausschlagen. In die Arme. Von Keeper Frank Lehmann. Also 1 zu 0 für Elvas Berg. Unverdient ist es nicht. Aber auch wir haben gezeigt, dass wir den Elvas Bergern in der Offensive wehtun können. Also, hier ist noch lang nicht aller Tage Abend. Und dass wir bei Rückständen zurückkommen können, das haben wir jetzt schon mehrfach bewiesen in dieser Saison. Ich weiß nicht, was das für ein Fan jetzt war, der eben mit einer Palette von Bier kam. Er sagte nur, damit das noch was wird, pappelt das Ding rein. Hat er uns hier ein paar Erfrischungen hingestellt. Und wir wollen uns Mühe geben, so wie unsere Jungs sich auch Mühe geben. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir zurückliegen. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass wir ein Spiel drehen. Und zutrauen durch unseren Jungs allemal. Sie haben hier angezeigt, über 20 Minuten, dass Sie hier richtig brillanten Fußball spielen können. Also, dass Sie auch Ausfälle kompensieren können. Das haben Sie gezeigt. Ganz klarer Fall. Aber gegen diese individuelle Klasse der Elvas Berger, insbesondere bei den Standards, da ist manchmal eben auch kein Kraut gewachsen. Und dieser Schuss, der kam aus dem Nichts. Aber er saß eben rechts unten im Eck. Na ja. Und wie gesagt, ganz unverdient ist es nicht. Denn die Elvas Berger hatten schon die besseren Möglichkeiten. Jetzt kommen Sie auch wieder mit dem Freistoß von der Mittellinie aus. Links versetzt. Ja. Und da haben Sie natürlich nicht allzu eilig. Das ist ja ganz klar. Die Zuschauer, die gehen aber trotzdem hier mit. Also, die sind nicht beeinträchtigt durch den Rückstand das erste Mal. Und die haben es ja schwer dort hinten. Die stehen in der prallen Hitze. Ungeschützt. Sonne. Wir sitzen ja hier ein bisschen im Schatten. Also, insofern geht es uns ein bisschen besser. Trabant muss jetzt die Kugel erst einmal wegmachen. Ja, das macht er auch. Weit. Weiter Schlag Richtung Moritz Reinhardt. Aber Elvas Berg hat aufgepasst. Ja, so die zweiten, dritten Bälle, die landen ein bisschen zu oft bei Elvas Berg gerade. Wir geben uns zwar Mühe, da präsent zu sein. Aber ganz zu oft klappt das jetzt gerade eben leider nicht. Das heißt, der Ball ist zu schnell wieder weg, als dass wir so richtig Angriffe initiieren können. Jetzt haben wir mal den Ball erobert. Oh, Garic verliert ihn aber leider ein bisschen ungeschickt. Und jetzt kann Elvas Berg aufbauen. Rechte Seite. Da kommen Sie direkt. Lassen Sie den Ball schnell und gefällig laufen. Das ist schon richtig stark, was Sie da spielen. Rechte Außenbahn kommen Sie jetzt. Duckfuß verfolgt ihn. Aber da geht er in die Mitte rein. Dann sind wir erst mal dazwischen. Duckfuß und Rodas im Verbund. Aber Elvas Berg schon wieder im Gegenpressing. Also das Gegenpressing der Elvas Berger, das ist richtig stark. Da sind Sie immer sofort wieder dran am Mann, wenn Sie den Ball verlieren. Und lassen gar nichts richtig zu, dass wir das Spiel mal geordnet aufbauen können. Also die machen es uns verdammt schwer. Ja, das ist eine bärenstarke Truppe. Also wie gesagt, Sie haben seit Monaten nicht mehr verloren. Also die ganze Rückrunde. Ich glaube es war die beste Rückrundenmannschaft Elvas Berg. Die waren ja also unglaublich. Zwölf Spiele, glaube ich, in Folge ungeschlagen. Und jetzt auch in der neuen Saison sind sie schon wieder fünf Spiele ungeschlagen. Also das ist im Grunde eine ganze Runde hin. Und jetzt zeigen Sie hier auch absolute Klasse. Haben sich nochmal gezielt verstärkt. Ja, und so haben wir es eben auch zu spüren bekommen. Der Kapitän, er hat es gemacht. Das ist Luca Dürholz, der Mann mit der Nummer acht. So, jetzt geht es erstmal weiter. Da kommen Sie wieder. Und da zieht er natürlich wieder ab, ganz klar. Er ist ein bisschen ermutigt worden. Auch wenn der jetzt dann links oben ins Fangnetz geht. Nicht wirklich gefährlich war. Und ich sage mal an dem Gegentreffer, da kann man auch jetzt rabant keinen Vorwurf machen. Denn der kam aus dem gar nichts, senkte sich da rechts rein. Also, ja, weiter geht es. Jetzt erst mal Crosspass von links rüber auf die rechte Seite. Schön hat den Aussteigen lassen. Boah, jetzt nimmt er richtig Trambo, richtig Fahrt auf. Geht dort mit der Kugel. Ja, in die Mitte rein gesteckt. Dann Garic rausgelegt auf Marcos. Jetzt muss die Flanke kommen. Die kommt auch vorne rein in den Strafraum. Kopfball. Erst einmal rausgeschlagen. Und dann muss Garic noch einmal richtig ran. Ja, jetzt. Dann über die rechte Seite erneut. Das ist Schikora. Da kommt die Flanke. Kopfball zurückgelegt. In den Strafraum rein. Na ja, da war es nicht wirklich präzise. Marcos. Also der UFC. Ja, versucht hier wirklich alles. Und jetzt gibt es einen Wurf. Andersrum pfeift er. Ja, das verstehe wer will. Der Elversberger schlägt ihn jetzt aus und bekommt dafür zur Belohnung den Einwurf zugesprochen. Also scheinbar muss man diese Bande, die er da hinten wieder berührt hat. Der Elversberger einfach nur berühren und man kriegt alles. Das ist ja wieder diese Bande. Genau. Das ist genau diese Bande wieder. Die ist irgendwie ganz besonders, ich weiß nicht, verflucht oder so. Ja, also muss der Gästespieler nur berühren und dann gibt es irgendwas für sie. Gibt Pfiffen. Aber gut, jetzt hat Elversberg den Ball. Aber trotzdem, man merkt auf jeden Fall, die sind da in der Defensive verwundbar. Also immer wieder mit unseren schnellen Vorstößen haben die Probleme. Schikora gerade eben nicht zu bändigen gewesen für die Elversberger Defensive. Also das ist durchaus möglich, denen auch noch einen einzuschenken. Meine Miene wäre deutlich sorgenvoller, wenn wir hier noch gar nichts gerissen hätten in der Offensive. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Aber die Elversberger sind eben ein und das andere Mal gefährlich. Und jetzt kommen sie da über die rechte Außenbahn. Das ist der Mann mit der Nummer 7, Manuel Pfeil. Pfeilschnell ist er zudem noch. Jetzt bringt er die Flanke rein in den Strafraum. Richtung Gößweiner müsste das sein. Er versucht den Ball zu kontrollieren. Jetzt nächster Schuss. Oh! Und erneut Pfosten! Aus dem Innenpfosten springt der Ball raus. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt, der UFC. Und da kommt der nächste Schuss. Sie schießen aus allen Rohren die Elversberger. Donnerschlag sind die stark, sind die stark. Ei, 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 ei. Im Grunde haben wir es gewusst, was hier auf uns zukommt. Und noch ist ja hier nicht alle Tage Abend. Aber, aber, aber. Es kann keinen Zweifel geben, dass das 1 zu 0 in Ordnung geht. Denn sie hatten 3, 4 richtig hochkarätige Chancen. Und das muss man ihnen schon konzertieren. Also wer dreimal den Pfosten trifft, der hat eher Pech gehabt, wenn er 1 zu 0 führt, als dass er Glück gehabt hat. Er hätte durchaus auch höher stehen können, ganz klar. Also erneut kam die Flanke rein in den Strafraum. Gößweiner schafft es irgendwie den ein bisschen abzulegen. Und er haut direkt drauf. Und wieder klatscht der Ball an den rechten Pfosten. Andererseits, lieber Kasper, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Das ist so ein typisches Spiel, wie wir es jetzt ganz oft gesehen haben. Der UFC fing stark an, machte das Spiel, hatte Chancen, hat das richtig gut gemacht. Und dann hat er so eine Phase, ja, Mitte der ersten Halbzeit, wo die anderen ins Spiel kommen, auch ihr Tor machen. Und letztendlich hat der UFC doch meist die Spiele gewonnen. Also insofern sollte ein Fünkchen Hoffnung für uns noch da sein. Ist auf jeden Fall da. Nichtsdestotrotz, das sind wahnsinnig starke Kicker, die die Elfersberger da haben. Suero, Fernandes, allen voran. Und jetzt kommen sie wieder über die linke Außenbahn. Da geht dann Chikora vorbei, zieht er in die Mitte. Ah, steigt er. Boah, wie stark, der da durch versucht zu dribbeln. Aber Lovric und Chikora. Beinahe. Hätts Elfmeter gegeben. Aber Schiri lässt weiterspielen. Eieieieiei, jetzt wird es hier hektisch. Schon fetter. Eieieiei, wird umgemacht. Und trotzdem Spieler weiter hinter Vorteil geben können. Denn jetzt gibt es ja Freistoß-OFC. Und das befeifen hier auch die Schiedsrichter. Die Schiedsrichter ist das richtige Wort. Die Zuschauer. Und das Schiedsrichter hat es auch gepfiffen, ja. Ne, ne. Also, da hätte er Vorteil laufen lassen müssen. Denn Vetter wird da einerseits umgesetzt. Steht aber sofort wieder auf. Und ist am Ball. Ja, also. Aber der Schiri hat es gehandelt. Gut. Weiter geht's mit dem Freistoß in der offenbare Hälfte. Kurz hinterm Kreis. Hier wird der moderate 1-2-1-1-2-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1. Der Ball geht ins Haus. 10-Jarts Raumgewinn. Ein Wurf für den OFT. Garic muss ihn sofort links reinflanken. Jetzt gibt es Eckball für den OFT. Ecke, Ecke. Und wir sind empfänglich. Jetzt kurz vor der Halbzeit. Der Ausgleich. Ich habe es noch gar nicht ausgesprochen. Ich bin auch empfänglich. Lieber Lars. Und dann wird es noch ein bisschen mit dem Tor. Du darfst es kommentieren, wenn du mir versprichst, dass du ihn rein kommentierst. So wird es gemacht. Also Netsch mit dem Duckfuß schaut, wo spiele ich ihn hin. Jetzt spielt er ihn rein. Richtung ersten Pfosten. Das war eine schwache Flanke. Was hast du daran nicht verstanden, wenn ich sage, du musst ihn reinbubbeln? Nein, nein, nein. Nicht rausreden jetzt. Nein, nein, nein. Also Netsch nebenbubbeln. Ich zeig dir nochmal, wie es ist. Lars, da warst du nicht präzise genug in deinen Anwalt. Ja, 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 ganz genau. Jetzt schiebt das vom einen auf den anderen. Also jetzt liegt er da. Freistoß gibt es, Freistoß gibt es. Und Gelb gibt es auch noch. Ne. Für Mike Vetter, ja klar. Ja, ja. Ich versuche es mal kurz zu schildern. Halbhoher Ball. Mike nimmt ihn wirklich. Also der Fuß ist 30 cm über dem Boden. Gar kein Problem. Wirklich ganz, ganz tiefer Fuß. Mike nimmt ihn einfach nur an. Und der Elversberger rennt ihn wie wild in diesen Fuß rein und lässt sich halt fallen. Und das entscheidet der Schiedsrichter auf Freistoß für Elversberg. Was ich unglücklich finde. Drücken wir es so aus. Ja, gewieft. Also Freistoß gibt es für Elversberg. Der Tor ist tief in der eigenen Hälfte. Noch weit hinter der Mittellinie. Halblinke Verbindung. Naja, das Ganze vor der Halbzeit. Fünf Minuten noch offiziell zu gehen. Etwas über fünf Minuten. Ja, und hier wird natürlich jetzt gepfiffen, die Elversberger sollen ein bisschen aus dem Konzept gebracht werden. Denn das muss man ja sagen, sie sind im Konzept. Das kann man gar nicht anders sagen. Denn der Hände hat es ja ein ums andere Mal. Das Gebellg erschüttert. Und wenn du da hinschaust, es wackelt immer noch. Ja, ja, also ich glaube, wenn wir heute hier irgendwas zählbares mitnehmen aus diesem Spiel, dann können wir den Pfosten mehrfach küssen, den rechten. Weil da hat schon dreimal gegen gescheppert der Ball. Zwei Freistöße, ein Schuss von innerhalb des Strafraums. Also da haben wir Glück gehabt. Jetzt kommt aber wieder Elversberg. Ikpide holt den Ball. Jetzt Garic. Unsere jungen Leute. Schön gespielt von Garic. Der ist halt ein bisschen alleine. Oh, klasse, lässt er den da stehen. Spielt links raus. Der hat jetzt den Ball erst einmal mitgenommen. Und da geht auch Marcos noch mit. Ja, so ein bisschen in den Rücken gespielt. Aber dennoch behaupten sich die Offenbacher. Hier wird es eng und enger links rausgelegt. Und die Elversberger, ja, 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 ja. Da ist er weg. Oder, oder, oder? Schön dazwischen gegangen von Lovric. Das ist ein Schuss mit vollem Einsatz. Auch wenn er da ein bisschen hier den Fuß noch zurückziehen muss. Und, ja, dann gibt es Abstoß hier vom Elversberger Tor. Da noch vier Minuten zu gehen sind. Und Elversberg zurecht mit 1 zu 0 in Führung geht. Auch wenn die Offenbacher sehr, sehr stark hier angefangen haben. Die ersten 20 Minuten, muss man sagen, haben dann die Elversberger gezeigt, was es heißt, eine Spitzenmannschaft zu sein. Ein ums andere Mal klang es dort heftig noch mit. Der Ball ist im Seitenhaus. Ja, Steuernagel spielt den Ball zurück. Aber dann wird es einen Wurf geben für Elversberg. Okay, da hat es unterbrochen. Ich sage es noch mal, wir brauchen eure Unterstützung. Kommt, seht zu, dass wir das klar machen. 30 Unterstützer braucht es. Dann sind wir alle sorgenlos. Können die ganze Saison für euch kommentieren. Und dann können wir Fanradio bis zum Ende machen. Und das wollen wir in der Fünfte. 15. Saison in unserer Jubiläumssaison. Und wenn wir aufsteigen, dann sage ich, am schönsten Punkt soll man Schluss machen. Da werde ich dann auch meinen Schlusspunkt sozusagen verkünden. Dann können die Jungen hier und die jungen Wilden um Kasper Laug mal ganz alleine und mit anderen Team eben ran. Und dann wäre das eine tolle Sache mit dem Aufstieg aufzuhören. Ja, 2 mal 20 Euro geht auch. Vorher eine Rückrunde oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro im Monat. Dann kriegen wir das auch hin mit 40 Euro. Ja, und wenn wir eben nicht aufsteigen sollten, was ich nicht glaube, dann müssen wir halt noch mal ein Jahr weitermachen, wie auch immer. Aber ich denke und glaube fest daran, dass ich dann endlich meinen Hut nehmen kann im Fanradio. Und dann widme ich mich vielleicht anderen Dingen rund um den UFC. Dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Und Kickers TV wird immer eine besondere Rolle spielen in meinem Herzen. So, jetzt gibt es ja ein Techtelmechtel. Jetzt liegen hier beide am Boden. Also sowohl oder noch da drei. Manolo Rodas liegt dort. Dagfuss liegt dort. Und auch der Kollege Lukas Kohler auf Elversberger Seite. Ich weiß nicht, ob Sie verabredet haben, mal so ein kleines Päuschen hier in der Hitze zu veranstalten. Ja, da wäre eine Piknik-Decke. Der Manolo hat eine Piknik-Decke mitgebracht. Lukas Kohler macht sehr guten Kuchen. Den hat er auch mitgebracht. Den hat er auch mitgebracht. Zwetschgen-Kuchen. Ja, ja, ja. Eistee wird gereicht. Schön, schön, schön haben die es dann. Aber jetzt wird das Piknik unterbrochen für einen... Reicht aus der UFC. Da schauen wir. Also der Kasper kann ja das Ding nicht reinbubbelt. Da mache ich das. Jetzt kommt er nämlich hoch reingeflogen. Ja, da muss er bitte ganz in Faust ganz, ganz hoch steigen. Der Elversberger Frank Lehmann. Also da hat er erst noch mal hier zur... Ja, fast hätte ich gesagt Ecke den Ball geschlagen. Aber ein Wurf wird es geben. Also das ziemlich an der Ecke dran. Und dann erst einmal ausgeführt. Jetzt muss er gleich wieder hoch reingeflogen kommen. Aber naja, so fast am Elfmeterpunkt mit dem Kopf erst einmal rausgeschlagen, die Elversberger. Und jetzt geht das Bällchen hin und her. Garic sucht dort seine Mitstreiter. Er ist noch mal zurückgespielt auf Marcos. Ja, ja, ist natürlich sehr schnell auf den Außen. Aber hier muss er erst einmal sehen, dass er jemanden findet. Und die Elversberger, die machen den Raum zu. Das ist natürlich klasse, wie sie das hier anstellen. Foulspiel. Aber weiter geht's. Gut, Vorteil hat er gepfiffen. Auch wenn es das Spiel sozusagen zurückgeht aus offenbarer Sicht. Oder hat er doch... Nee, hat er doch gepfiffen. Doch, hat er doch gepfiffen. Also Freistoßkampagna, der ja auch gelb verwarnt ist. Und ganz ehrlich, ja, der hätte sie auch vorher schon haben können. Ja, Kampagna geht natürlich mal sechs, sieben Meter weiter. Logisch, der alte Fuchs, ne? Ja, klar. Also er war an der Mittellinie gefoult und dann war er fast am Strafraum sozusagen. Ja gut, ganz sowas. Freistoßflanke so zwei, drei Meter in der Hälfte der Elversberger. Und jetzt wird er reinkommen. Er hebt die Hand. Es wird eine Freistoßflanke zum Tor hin. Jetzt kommt er hoch und weit rein Richtung zweiten Pfosten. Chikora wird er wahrscheinlich hochsteigen. Elversberg kann den ersten Ball klären. Der zweite Ball ist auch bei Elversberg. Und dann gibt es einen Offensivfall von Francesco Lovric. Ja, ein bisschen kleinlich, aber kann man pfeifen, würde ich sagen. Wir sind in der Schlussminute. Das heißt, in 20 Sekunden ist hier offiziell Schluss, was die erste Halbzeit angeht. Ja, dann werden wir euch hier nochmal das Halbzeitbild hier aus dem Stadion einblenden, so dass ihr seht, was hier sich abspielt auf dem grünen Rasen. Und dann könnt ihr erstmal durchschnaufen. Und die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Der OFC hat wirklich stark, stark, stark angefangen. Tolles Kombinationsspiel. Und dann hat Elversberg hier ernst gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Und sie haben getroffen. Das geht unterm Strich in Ordnung. Die 45 Minuten, sie sind um. Und es gibt auch nicht allzu viel Grund hier nachspielen zu lassen. Es hat eine kurze Pause gegeben. Eine kurze Trinkpause. Ich weiß nicht, ob er die jetzt nachspielen lassen will. Jetzt kommt die Elversberg erst einmal. Ja, Motz gerangel. Aber Schikora gut abgelaufen. Ja, 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 ja. Zweikampf. Ja, ja, ja. Und was macht er jetzt? Jetzt pfeift er. Jetzt pfeift er. Pass auf. Jetzt pfeift er für Elversberg. Na klar. Na klar. Na klar. Das macht er aber. Genau das macht er. Jetzt noch mal Freistoß für Elversberg. Also es war ein ganz geiler Zweikampf zwischen Schikora und ich glaube es war Manuel Pfeil. Tja. Und dann gehen sie beide in die Knie, weil sie sich da richtig umrungen haben. Ist ja logisch. Aber gar kein Foulspiel. Nichts. Aber wenn einer mehr gerungen hätte, dann war es der Elversberger als es ist. Ja, und jetzt hier gefährliche Position. Diagonal. 18 Meter, 19 Meter zum Tor von der linken Seite. Brandgefährlich jetzt. Die Offenbacher in der Nachspielzeit. Gelbe Karte auch für Schikora. Und ja, ja. Hat Gelb noch bekommen. Also es ist wirklich unglaublich. Also wir werden hier nicht unbedingt bevorteilt. Aber jetzt kommt da reingeflogen Kopfball und rechts vorbei. Ja, der Trainer hier auf Elversberger Seite, der rauft sich die Haare. Chancen hatten sie genug, das Ding hier sehr, sehr klar zu gestalten. Und so steht es in Anführungszeichen nur 1 zu 0. Und das ist auch das, was uns Hoffnung gibt für die zweite Halbzeit. Denn solche Spielstände, die haben wir schon des Öfteren auch wieder umgebogen. Und jetzt der OFC nochmal mit dem Einwurf. Vielleicht die letzte Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Reinhard, schön rausgespielt auf Dagfuss. Da geht jetzt über die linke Seite. Jetzt muss die Flanke in die Mitte kommen. Aber wohin? Da ist niemand. Dagfuss noch einmal. Links, rechts. Oh, gefährlich. Und jetzt gibt es Ecke, Ecke. Voll links. Und da muss Frank Lehmann sich ganz, ganz lang machen. Mit einem Reflex hat er zur Ecke geklärt. Und jetzt machen wir den Ausgleich so kurz vor der Halbzeitpause. Pass auf, Kaspar. Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Gerne. Wie man da Tor reinbubbelt. Guck dir das jetzt mal genau an. Also, da kommt jetzt der Eckball von der linken Seite. Und ich sage dir, der wird in die Mitte reinfliegen. Und dann werden wir ihn verwerten. So ein großer Prophet kann man sein. Da kommt er nämlich jetzt reingeflogen. Na ja, das erste Mal sollte er verlängert werden. Wird aber nicht, denn der Scheri hat abgepfiffen. 0 zu 1 steht das erste Mal. Halbzeit ist. Und wir sind gleich wieder für euch da. In Halbzeit Nummer 2 sind wieder alle Mannschaften, alle Spieler da. Ja, und der OFC spielt jetzt aufs geliebte Biberer Tor. Und Kaspar, der hat schon wieder die neuesten Infos. Ja, der OFC spielt nämlich stark verändert. Wir haben gleich zweimal gewechselt. Manolo Rodas ist raus. Für ihn kommt Bastian Kurz ins Spiel. Also, Debüt für ihn. Pflichtspieldebüt. Und Luca Garic ist raus. Für ihn kommt Matthias Pysalo rein. Und es scheint tatsächlich so zu sein, als würde Matthias Pysalo neben Luigi Campagna auf die 6 kommen. Also, so schaut es zumindest aus. Weil Mike Vetter auf den Außen bleibt. Ja, da sind wir mal gespannt. Bären, Bären, starker Elversberger. Dreimal allein das Aluminium getroffen, das uns im Spiel gehalten hat. Ja, und dann haben sie noch einen blitzsauberen Treffer gemacht. Und dann geht's weit nach vorne. Und dann geht's weit nach vorne. Aufpassen, aufpassen! Ich biete! Was machst du denn? Nein! Nein! Meine Herren, das gibt's doch nicht! 2-0! Da waren sie im Tiefschlaf, im Tiefschlaf! Das kann, das darf nicht passieren! Kasper! Es tut mir so leid für den Kevin Ickpiedel. Ich glaube, der... Ach, scheiße! Sorry! Ja, aber nicht nur Ickpiedel, auch überhaupt, dass er so weit kam. Und klar, dann am Ende das finale Problem. Das hat dann Kevin hier um sich gehabt. Ja, da ist er... Schild uns die Szene noch einmal. Also, langer Ball in die Tiefe der Elversberger. Es war wieder der gefährliche Suero Fernandes, der in die Tiefe geht. Aber wenn Kevin Ickpiedel von Anfang an mit Vollsprint hingeht, dann hat er keine Probleme, das abzulaufen. Er sieht einfach nicht, dass Suero Fernandes noch kommt. Der spritzt an ihm vorbei und schiebt dann ein. Dabei war der Ball langhängig in der Luft. Man hätte es sehen können. Und ja, wissen müssen, da brennt was an. Da geht einer in der Mitte durch. Meine Herren, wir haben es richtig kommen sehen. Ja, 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 der Lars, der hat hier... Dem ist, glaube ich, das Herz stehen geblieben. Jetzt kommt weiter ein Wurf für den UFC in den Strafraum. Moritz Reinhardt, kann er dann nochmal ablegen. Ja, aber da kommt Matthias Bisalo leider nicht hin. Oh ja, jetzt Kevin Ickpiedel springt am Ball vorbei. Der Elversberger fährlich über die linke Seite. Ei, ei, ei. Jetzt kommen sie an den Strafraum und dann abgelaufen von Lovridge. Aber es wird wohl Eckball geben. Es wird wohl Eckball geben, ganz klar. Nee, er pfeift jetzt hier. Oder was pfeift er? Er pfeift Abstoß für uns. Ja, also das habe ich anders gesehen. Das habe ich für Elversberger gesehen. Das haben auch alle Elversberger Spieler so gesehen. Und ich glaube, das haben sie zu Recht so gesehen und du auch. Ja, also... Mit dem Kevin Ickpiedel leide ich immer so ein bisschen mit. Dem sieht man dann einfach das Unglück direkt im Gesicht an. Er ist aber schöner weiter Ball für ihn Richtung Moritz Reinhardt. Der wird ja umgehauen, behauptet den Ball aber. Matthias Bisalo rechts raus auf Marco Oshikora. Ja, schön gemacht von ihm. Bastian Kurz dreht sich da, dreht einmal auf. Aber Elversberg da schon wieder dazwischen. Und jetzt kommt wieder... Jetzt kommen sie wieder in der Offensive. Gösweiner ist das. Mit zu Ero Fernandes. Ickpiedel da erstmal dazwischen und holt den Einwurf raus. Nein! Das... Also... Wie kann man denn so konsequent falsch liegen in seinen Entscheidungen? Jetzt gibt es Einwurf für Elversberg. Gerade eben hätte es für Elversberg Eckball geben müssen. Da gab es ja nicht. Jetzt gibt es Elversberg Einwurf, obwohl es das niemals einer war. Also... Ja, gut. Jetzt aber nicht mit dem Duck-Fuß rechter Ausmann. Bastian Kurz. Da erste Aktion wird da einmal... Ja, umgezerrt. Ja... Ich weiß nicht, wenn der Schiedsrichter seine kleinere Linie beibehalten hätte. Sonst gibt es Einwurf für Elversberg. Hier von deren linken Seite. Ja, Dümmer hätte es nicht gehen können. Direkt mit dem Anpfiff hier sozusagen. Gleich das 2-0-Humen drauf. Unsere waren wirklich im Tiefschlaf. Das muss man schon sagen. Von der Entstehung an, dass der lange Ball überhaupt gespielt werden konnte. Und dann Nick Piede vollkommen neben sich gestanden. Ja, und so klingelt es 2-0. Meine Herren, das wird gegen diese bärenstarke Elversberger. Naja, zumindest nicht leichter, lieber Kaspar. Nein, wobei auch zwei Tore traue ich unseren Jungs gegen die Defensive der Elversberger zu. Wir haben auch von Richard Wall gehört. Da haben sie eher ihre Probleme, vor allem im Tempo. Aber die können jetzt natürlich auch, wenn sie wollen, sehr tief stehen und einfach auf Konter warten. Das ist vollkommen in Ordnung. Was gibt es da jetzt? Jetzt ein Gerangel zwischen Shikora und der Nummer 10. Das ist Sinan Tekerci. Und ja... Kora hat ja auch schon gelb. Der muss aufpassen. Aber jetzt bekommt sein Gegenspiel erstmal eine Ansage hier vom Schiri. Und dann geht es dann doch weiter hier. Vetter versucht mit der Hacke den Ball mitzunehmen. Aber viel Gewurschtel, wenig Effizienz. Und dann ist der OFC zurück. Ja, eben Ballbesitz. Muss allerdings ganz zurückspielen auf Dominik Trabant. Und dann geht es vielleicht hier weiter über Lofric. Halb links. Und naja, der versucht jetzt hier mit dem Cross Pass auf die rechte Seite nochmal zu spielen. Kurz. Steigt dort hoch. Allerdings das erste Mal abgeblockt. Mein lieber Mann! Ja, aber abseits hin und her. Da muss auch trotzdem jemand dabei stehen. Ne, da macht Lofric keinen Vorteil. Wer vier Meter im Abseits steht, den kannst du nicht decken. Das ist so einfach. Den kannst du dann nicht wegdecken, weil dann stellt es ihn aus dem Abseits raus. Komplett unnötig. Also das war schon in Ordnung vom Lofric. Aber natürlich, unsere Aufregung ist berechtigt. Denn wir ärgern uns maßlich. Aber jetzt kommt der OFC rechte Außenmal. Marco Schickro hat das Kopfballduell gewonnen. Versucht intensiv auf Netsch, Dugfuss zu spielen. Elversberg kann gerade noch so rausgrätschen. Aber der zweite Ball ist bei uns. Ah, Dugfuss sehr, sehr stark. Der gefällt mir ausgesprochen gut. Und jetzt geht er zur Ecke. Da will er selbst die Flanke sozusagen reinschlagen. Und das wäre natürlich jetzt die richtige Reaktion. Direkt ein paar Minuten später gleich den Anschlusstreffer erzielen. Das ist jetzt hier die Maßgabe. Dugfuss also von der rechten Seite jetzt. Vor der Klapsbräu-Tribüne. Da kommt die Flanke vorne rein. Kopfball erst einmal hochgestiegen in die Elversberger. Versuchen zu klären. Ja, da geht es immer hin und her. Also immer noch ist er heiß im Strafraum. Der dreht sich jetzt wieder ab. Und dann abgefälscht. Marco Schickro hat abgezogen. Und erneut Eckball. Hecke, Hecke für den FC. Erneut Dugfuss von der rechten Seite. Jetzt versuchen wir so ein kleines Powerplay aufzuziehen. Ja, und das wird jetzt gekrönt in einem Eckball hoffentlich. Und dem Anschlusstreffer. Netschmidin Dugfuss. Rechter Fuß. Wird den Ball jetzt vom Tor weg Richtung Mitte bringen. Da kommt er jetzt flach hinein. Querschläger da. Und das passiert jetzt über die Latte gelenkt. Ja, da muss er sich ganz schön lang machen. Der Frank Lehmann hat ihn gerade so über die Latte gelenkt. Und so gibt es erneut Eckball. Weder Dugfuss, weder von der rechten Seite. Aufs Biberer Tor zu. Also kommt Jungs, da geht noch was. Und jetzt kommt er reingeflankt. Hoch diesmal. Ja, hochgestiegen allerdings auch. Ja, Vetter. Na ja, da kommt er noch mal an den Mal. Mike Vetter, jetzt ganz rechts rausgelegt. Erneut Dugfuss, was macht er? Ja, da will er rum. Ja, schöner Übersteiger. Da kommt die Flanke in die Mitte rein. Aber dann, ja, die Elversberger erst einmal dazwischen. Und dennoch, Mike Vetter lässt den Ball erst mal austrudeln. Denn der kam vom Elversberger. Einwurf gibt's. Und da kommen sie die Anführungsrufe. OFC, OFC. Skandieren die 8.000 oder 9.000. OFC-Fans. Elversberger sind auch, ja, so knapp 100 mitgekommen. Also sie machen auch so was wie Stimmung. Das war Grest dann die große Einmeldung auf der Elversberger Facebook-Seite, dass noch ein zweiter Bus gemietet werden musste tatsächlich. Ja, hat es noch nie gegeben, oder? Das war die große Einmeldung. Oh, 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 oh. Sensation in der Vereinsgeschichte. Ein zweiter Bus musste organisieren. Das wird jetzt in die Vereinschronik aufgenommen. Es war nicht so einfach, einen zweiten Bus zu organisieren. Ja, ja, in Elversberg fährt ja sonst nichts. Also gut, weiter geht's. Aber Fußballspielen können sie alle mal. Dafür umso besser. Ja, das stimmt. So, und jetzt, oh, da macht der Elversberger Spieler Theater. Da bettelt er um die gelbe Karte. Und die kriegt da jetzt auch. Die kriegt da jetzt auch. Jawoll. Sehr schön. Richtig vom Spiel. Er hat auch gebettelt. Er hat gebettelt um Gelb, oder? Hat er, hat er den Marco Schicora mit der Brust angegangen. Und dann hat der Spielsrichter gesagt, ja gut, wenn du das machst, dann siehst du Gelb. Das war dann mal mit der Nummer 10, Sina Ante Kertschi. Also der OFC, der steht ja für Spektakel in dieser Saison. Da hat es ja alles möglich schon gegeben. Gelbe Karte, rote Karten. Ja, Verletzungen, ganz schwerwiegende Art. Und immer wieder wurden die Spiele gedreht. Meine Herren, sind wir gespannt, ob das auch heute wieder so sein könnte. Hitchcock, der hätte Spaß am UFC. Mein lieber Mann. Ich bin gespannt. Aber so schwer war die Ausgangslage noch nie. 2 zu 0 hinten gelegen. Und gegen so ein Top-Team, das hier so eiskalt agiert. Meine Herren, ich weiß nicht. Eigentlich könnte man den Glauben verlieren. Aber nur eigentlich. Ja, also ich glaube, die langjährige Historia. Oh, ei, ei, ei. Der nächste. Die nächste Einwurfentscheidung, die mindestens mal fragwürdig ist. Gibt es Einwurf für Elversberg vor der Trainerbank von Daniel Steuernagel. Der ärgert sich auch. Muss aufpassen, dass er nicht die gelbe Karte sieht, wie schon in Hoffenheim. So, also jetzt gibt es Einwurf. Elversberg weiter verlängert. Kampagna köpft jetzt erstmal zurück. Wir können den Ball kontrollieren. Bastian Kurz macht er gut. Schön jetzt zurückverteilt auf Lofric. Jetzt können wir das Spiel wieder breit machen. Mal einen Angriff ganz in Ruhe aufbauen hoffentlich. Ja, ah, der Ball von Ronny Marcos, der war nicht gut. Der ist heute auch nicht gut in der Partie drin, muss man leider sagen. Und so hat Elversberg den Ball wieder auf der Mittellinie. Jetzt versuchen sie sich durchzukombinieren durchs Zentrum. Das läuft so. Oh, läuft das gut, das Bällchen bei Elversberg. Jetzt kommen sie in die rechte Außenbahn. Jetzt kann er vielleicht in die Mitte reinkommen. Und Ronny Marcos köpft nochmal raus. Aber das ist einfach schon Bock, Bock, Bock stark, was die Elversberger da spielen. Das geht ganz, ganz, ganz schnell in die Offensive. Über wenige Stationen, sehr, sehr flüssig. Und jetzt hört man tatsächlich die Elversberger-Fans mal richtig. Das hört man sich erstmals klar. Die haben natürlich auch Grund zum Singen und zum Jubeln. Denn ihr Team das spielt nicht nur ganz, ganz, ganz vorzüglich. Es führt auch 1 zu 0. Auch wenn der OFC 6 zu 2 nach Ecken führt. Aber das ist ja bekanntlicherweise nichts wert. Oh, Trabant mit einer Faust. Der Ball aber nicht so richtig rausgeschlagen. Immer noch im Strafraum großes Gewurschtel. Jetzt fällt ein Elversberger, da geht er links am Tor vorbei. Und so bleibt es erst einmal hier beim 2 zu 0 für den SV 07 Elversberg. Ich kann dir sagen, wer gefallen ist. Das ist Thomas Gößweiner. Und da hat mich unser Statistiker, der Nico, schon vorher darauf hingewiesen. Das ist einer, der versucht zu schinden ohne Ende. Der hat auch schon damals gegen Marco Rapp die rote Karte in Worms geschunden. Und das ist wirklich jemand, der da wirklich versucht rauszuholen, was geht aus den Situationen. Klar, ist halt auch irgendwo berechtigt, wenn es irgendwie funktioniert. Ich habe hier noch ein interessantes Mail. Aber da schauen wir erst einmal, ob wir das uns jetzt leisten können. Denn der OFC ist ja schon wieder im Vorwärtsgang. Mit Mike Vetter allerdings Stockfehler. Der Ball ist weg. Und aufpassen, aufpassen, das ist wieder so eine Situation jetzt. Aber diesmal Lovridge dazwischen. Und er hat ganz souverän erst einmal zurückgeköpft. Meine Herren, da kommen Sie immer so. Ganz gefährlich. Ja, durch die Mitte hier die Elversberger. Und jetzt der weite Schlag auf offenbare Seite vor. Auf die rechte Seite. Ein Wurf gibt es für den OFC. Duckfuss. Der wird das Ganze erledigen von der rechten Seite. Ja, der legt das nochmal ab. Schikora soll es machen. Denn Duckfuss, der orientiert sich weiter nach vorne. Jetzt kurz, frisch eingewechselt. Der hat ja noch richtig Puste. Der kann, der soll noch Akzente setzen. Duckfuss. Oh, oh, vom Schlappen genommen. Meine Herren. Also die Elversberger, die sind da absolut präsent. Nach wie vor. Klares Handspiel. Aber aus war der Ball auch. Und so gibt es einen Wurf. Und schnell eingeworfen von Schikora. Auf Lovridge ganz zurück. Und so kann die Seite gewechselt werden. Nein, nein. Nicht zurückspielen. Nein, nein. Jetzt also genau. Kommt der öffnende Pass. Aber der war zu weit. Da kommt niemand ran. Und dann habe ich hier noch ein interessantes Mail. Grüße von Pitti und Roland an alle ehemaligen Bosler. Und ans Fanradio-Team. 40 Euro haben wir soeben überwiesen. Sitzen heute in der Wohnung. Weil sich die Nachbarn im letzten Spiel über unsere fanatischen Torschreie beschwert haben. Gruß von Roland Mavis. Ja, das kann schon mal passieren. Unser Auftrag jetzt bei den Nachbarn die Wände beben zu lassen, Lars. Oder? Wir müssen jetzt mal reinbabbeln langsam. Unser Auftrag und auch der Auftrag. Wer am Boden liegt, wer am Boden liegt, das kann ja nur Thomas Göstweiner sein. Selbstverständlich. Ja. Das ist schon ein, in Anführungszeichen, ganz besonderer Stratege. Ja. Ja, ja. Wollen wir es mal sehr vorsichtig umschreiben. So ist es. Und ich versuche es bei dieser Umschreibung zu belasten, um mich da nicht weiter drüber zu ärgern. Es ist halt einfach so. Und wenn es funktioniert, dann hat es halt auch irgendwo seine Berechtigung. So einfach ist das. Ja. Es gibt also Freistoß. Elversberg eigene Hälfte direkt vor der Nase von Dani Steuernagel. Weiterschlag nach vorne Richtung Göstweiner und Pile. Göstweiner legt den Ball gut ab auf Suero Fernandes. Den Namen kann ich heute Nacht auswendig. Oh, Rückpass von Ronny Marcos, der wird da umgehauen. Aber Traban schlägt den Ball weit raus Richtung Netschmedin Dackfuß. Ja, also in den Kopfballduellen. Oh, ei, 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 ei. Da sind die Elversberger natürlich schon stärker. Die sind nicht zimperlich, die sind nicht von schlechten Eltern hier. Ne, ne. Also wo wir unsere Stärken haben, das ist ganz offensichtlich. Das ist im Tempo. Wenn wir da die Schnittstellenpässe spielen in die Tiefe, da sind wir auf den ersten Metern deutlich schneller. Vor allem Netschdackfuß läuft ihn da immer wieder gerne davon. Und das müssen wir versuchen mehr auszuspielen. Es wird natürlich aber immer schwerer, je tiefer die Elversberger stehen. Und vielleicht ist da ein Jake Hurst noch mal ein Mittel, der ja groß und schnell ist. Vielleicht könnte man den noch mal bringen. Wir können ja nur noch einmal auswechseln. Tatsächlich ja. Also zweimal haben wir ja schon gewechselt, falls ihr es verpasst habt, zum Beginn der zweiten Hälfte. Pusalo ist für Garic gekommen. Und Bastian Kurz ist für Manolo Rodas gekommen. Bastian Kurz schon einige gute Akzente gesetzt. Kommt erstmal Netschdackfuß, kann den Ball noch reinflanken? Na, leider nein. Schade, schade, schade. Aber Bastian Kurz schon einige gute Akzente gesetzt. Matthias Pusalo jetzt noch nicht so wahnsinnig auffällig. Also es schaut wohl so aus, als würden wir jetzt im 4-1-4-1 spielen. Groberweise ist taktisch nicht so ganz zu erkennen, was wir da genau machen. Also ich habe aber hier noch ein Mail. Grüße an unseren Sohn Samuel, der in London gerade in den letzten Zügen mit seiner Masterarbeit liegt. Und nur wegen eurer Übertragung mal eine Pause macht. Wir drehen das Spiel noch. Herzliche Grüße, Tobias Schwab. Fanradio-Beitrag wurde gerade überwiesen. Herzlichen Dank dafür. Tut's ihm gleich. Schreibt oder beziehungsweise überweist auch 40 Euro. Und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Oder auch zweimal 20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag. 3,33 Euro. Dann sollten wir das hinkriegen. Wir legen vor. Ihr zieht nach. Und so wollen wir die ganze Saison mit euch hier gestalten. Vor allen Dingen für euch gestalten. Ihr tut euch ja selbst einen Gefallen. Denn ja, jetzt wird's nochmal einen Wechsel geben. Schala wird kommen. Also ich glaube, das könnte ein guter Impuls sein. Schala. Auf jeden Fall. Das ist so eine Drecksau da vorne. Der weiß, wo das Tor steht. Genau, eben. Der weiß, wo das Tor steht. Der braucht. Im Zweifelsfall braucht er nur ganz, ganz wenig Chancen. Der, glaube ich, muss Steuernagel, auch wenn er sich da jetzt im Trainerhäuschen ein bisschen um ihn kümmert, er muss ihm nicht sagen, wo das Tor steht. Nee, 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 nee. Da braucht er keine genaueren Instruktionen. Der weiß das schon. Moritz Reinhardt. Ja, da läuft jetzt 6, 7 Meter mit dem Ball in der Hand beim Einwurf. Wird dann aber zurückgepfiffen. Jetzt gibt's einen Wurf. Du meinst also, er kennt die Koordinaten des Tores? So ist es. Der weiß, wo er grob hin muss. Ja, das wissen natürlich auch die unseren anderen Jungs. Aber die Elfersberger, die machen's uns natürlich mächtig schwer. 2 zu 0 führen sie. Unverdient ist das nicht, weil sie einfach unfassbar stark in der Offensive sind. Das muss man einfach so sagen. Das ist schon wirklich brutal, was sie da für ein Offensivspiel aufziehen können hier. Immer wieder mit Suero Fernandes. Der da richtig, richtig stark ist. Quirlig, den Ball gut verteilt. Viele Dribblings gewinnt. Hat ja auch das 2 zu 0 gemacht. Gößweiner da vorne als großer Drecksacktrainer. Ja, guck mal, die kombinieren sich ja schon wieder durch. Gößweiner hat aber Hand gespielt und kriegt er jetzt auch zurückgepfiffen. Sehr schön. Aber da waren sie schon wieder auf und davon. Also es ist natürlich bitter, dass genau bei so einem Spiel dann unsere Stamm-Innen-Verteidigung, die Stamm-Innen-Verteidigung von Gohlke und Pezzoni auf eine mindestens mal diskussionswürdige Art und Weise vom DFB verhindert sind. Also eine Stunde knapp gespielt. Der OFC Rack hat es geschafft. Er arbeitet. Aber Elversberg, die spielen, das muss man ganz klar sagen. Und sie spielen vor allen Dingen gut. Sie spielen effizient. Und sie hatten die Möglichkeit durchaus höher in Führung zu gehen. Und jetzt versuchen sie es erneut. Aber die Kampagne macht erst einmal Schluss. Wird lustig. So und jetzt. Also Pysalo. Da versucht er den Ball zu behaupten. Ja, da wird es eng und enger. Immer einer zu viel. Aber jetzt vielleicht Duckfuß. Auch ein Schritt zu spät. Und Mike Vetter versucht es noch einmal mitzunehmen. Und umgekehrt jetzt die Elversberger. Oh, in der Drehung. Schön mitgenommen. Na ja, jetzt geht es aber hier auf Biegen und Brechen. Oh, jetzt hat er wieder gepfiffen. Ja, ja. Na ja, gut. Hat auf Vorteil entschieden und der Vorteil war dann weg. Das kann man so pfeifen. Das war ein relativ langer Vorteil, aber das ist noch im Rahmen. Freistoß Elversberg, genau auf der Mittellinie tatsächlich. Wird jetzt kurz ausgeführt, rechts raus aus Sicht der Elversberger. Direkt vor der Waldemar-Kleintribüne. Da versuchen sie sich wieder durchzukombinieren. Aber da ist Bastian Kurz, der da gut dazwischen geht. Und tatsächlich gibt es sogar Abstoß. Perfekt gelaufen, perfekt verteidigt. Abstoß vom Tor von Dominik Trabant. Und Delangelo Williams wird jetzt glaube ich gleich bei Elversberg ins Spiel kommen. Das ist ja ein schneller, schneller Stürmer von Eintracht statt Eulendorf. Den hatten wir ja auch mal im Visier. Den hätten wir vielleicht auch ganz gerne mal gehabt letzte Saison. Elversberg hat ihn sich geholt. Und der hat tatsächlich auch schon getroffen. Eintracht. Also ein gefährlicher Mann. Vor allem bei Konter natürlich. Ansprechpartner mit seiner Geschwindigkeit. Jetzt sind wir erst mal bemüht, den Ball zu erobern. Da geht es so ein bisschen hin und her im Mittelfeld. Elversberg schafft als erstes mal einen konstruktiven Ball zu spielen. Aber Eckpide ist da schon wieder dazwischen. Spielt zurück auf Dominik Trabant. Der wird den Ball jetzt weit nach vorne schlagen. Richtung Netsch-Dackfuß. Ob das jetzt so das richtige Mittel ist? Wahrscheinlich eher nicht. Da müssen wir andere Lösungen finden. Aber da haben wir ja gleich Anders Schala stehen. Und jetzt vielleicht mal die Gelegenheit. Moritz Reinhardt steckt er durch auf Bastian Kurz. Eigentor. Nein! Knapp rechts vorbei. Das war die Riesenmöglichkeit. Donnerschlag, das musste es sein. Und jetzt gibt es Eckball. Viertel-Office von der rechten Seite. Meine Herren, da stand das Tor richtig weit offen. Ja, ja, das war ein Klärungsversuch eines Elversbergers, der Richtung eigenes Tor ging. Und jetzt, das freut mich, vor dem Eckball noch der Wechsel. Marco Chicora geht raus. Eigentlich einer unserer stärksten Männer tatsächlich. Und Andes Schala kommt rein. Wie sich das dann taktisch aufbaut, das sehe ich noch nicht ganz. Also vielleicht geht Mike Vetter dann in die Rechtsverteidiger-Position. Also Ronny Marcos bekommt auf jeden Fall nochmal Anweisungen. Der Trainer, der Elversberger, auch sehr weit außerhalb der Coaching-Zone. Vielleicht könnte man da mal als hirnrichter drauf achten. Weil, ja, also der steht in unserer eigenen Träne-Coaching-Zone. Das hält so im Kopf nicht aus. Der Elversberger-Trainer steht in der Offenbacher-Coaching-Zone. Eieieiei, und Tod und Macht. Nee, nee, das muss auch nicht sein. Aber gut, das ist nicht spielentscheidend. Jetzt ist entscheidend. Der Offenbacher kommt mit der Ecke. Mit Duckfuß, der kommt jetzt vorne reingeflogen. Kopfball erst mal Verlängerung hinten auf den zweiten Pfosten. Und dann hat er ihn runtergepflückt. Frank Lehmann, der Schlossmann der Elversberger. Eieiei, aber ich habe so das Gefühl, na ja, jetzt könnte vielleicht doch noch was gehen. Auch wenn die Elversberger jetzt erst einmal kommen. Also, ein kleiner Entlastungsangriff. Aber was sagen wir, Entlastungsangriff? Wenn sie kommen, dann kommen sie richtig, dann kommen sie mit Macht. Und sie haben natürlich eine spielerische Klasse, die ihresgleichen sucht. Ganz klarer Fall. So, also, Einwurf wird es geben für den UFC. Insofern ist diese kleine Bewegung der Elversberger hier schon wieder zunichte gemacht. Und die Elversberger, die wechseln jetzt auch nochmal. Da kommt der Kollege Deangelo Williams. Und es geht der Bösewicht Thomas Gösweider. Ja, da ist das mir sehr recht. Weil der schafft das auch noch, dass einer von unseren Spielern noch mal rot sieht. Also, ja, der ist jetzt zumindest schon mal raus. Für ihn ist Deangelo Williams ins Spiel gekommen. Andes Schala mit der ersten Ballaktion legt er ab auf Bastian Kurz. Wird auch zum Einwurf geklärt von den Elversbergern. Und jetzt hat Mike Vetter den Einwurf. Spielt er auf Dackfuß. Andes Schala. Ja, kann den Ball nicht ganz kontrollieren. Aber er holt zumindest eine Ecke raus. Sehr, sehr gut. Nächste Ecke. Und da sind wir. Also, Ecke, Ecke, Ecke für den UFC. Von der rechten Seite. Netsch Dackfuß. Der erfahrene Mann hat Bundesliga-Erfahrung. Und er kann, der soll, der will jetzt den Eckball reinbringen. Von der rechten Seite. Naja, und jetzt Großbetrieb im Elversbergner Strafraum. Naja, da bewegen sich alle hin und her. Da wird jetzt auch ein bisschen geschubst. Ja, 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 ja. Da geht es mächtig zur Sache. Schala, der lässt sich hier auch nichts gefallen. Ganz klar. Der will hier Distanz. Aber Distanz wird er nicht kriegen. Die verfolgen ihn bis auf die Toilette. Und jetzt geht es dann noch mal links raus. Mike Vetter, der muss erst mal den Ball wiederholen. Aber versucht dort im Zweikampf. Kommt vorbei am ersten. Aber der dürfte zu weit sein. Naja, weiß ich nicht, was er gibt. Abstoß gibt er. Natürlich, natürlich nur Abstoß vom Elversbergner Tor. Und so bleibt es auch nach knapp 65 gespielten Minuten. Erstmal beim 0 zu 2 aus Offenbacher Sicht. Meine Herren, ist das bitter. Aber wir müssen sagen, so ganz unverdient ist es leider nicht. Nee, nee, das stimmt schon. Also erste Halbzeit hat der Elversberg Chancen für drei Tore. Wenn nicht sogar, wenn es ganz blöd läuft, für vier. Wenn die da richtig eiskalt sind. Ja, dann kommen wollen wir eigentlich hochmotiviert aus der Kabine kommen. Erste Aktion nach Wiederanpfiff. Handspiel wird ja... Mein lieber Mann, nur mit der Hand kann er den Ball mitnehmen. Und da pfeift er nicht. Lässt weiter das Spiel. Aber jetzt kommt der OFC dann doch mal in Ballbesitz mit Schala. Geht durch die Mitte. Versucht abzuziehen. Aber das war dann am Ende nur ein Gewaltroller. Keine Mühe für Frank Lehmann, den Schlussmann. Der SV 07 Elversberg. Ja, so langsam läuft uns ein bisschen die Zeit weg. Allerdings, ja, 25 Minuten haben wir noch auf jeden Fall. Aber jetzt kommt erstmal Elversberg. Und die darf man nie kommen lassen. Aber schön abgelaufen hier von Mike Vetter. Setzt den Körper davor. Ja, da hast du gesehen. Der hat Wut im Bauch. Brachial hatte das Ding jetzt hier gegen den Spieler gedonnert. Dann flog der Ball gegen die Bande. Da gibt es Einwurf für Mike Vetter. Tief in der eigenen Hälfte in Offenbacher. Fast hinten am Strafraum. Schala steckt hoch mit dem Kopf aber ins Niemandsland. Da kommen die Elversberger zurück. Schlagen hoch. Igpede. Gut erst einmal gemacht. Ja, und jetzt muss Igpede erneut ran. Mit dem Kopf gut geklärt. Und dann Elversberg über links. Na ja, so langsam muss man den Raum richtig zumachen. Jetzt geht der Ball erstmal ganz rüber auf die Elversberger Seite. Aber da ist kein Offenbacher weit und breit. So können die Elversberger hier agieren. Und jetzt kommt er zurück. Also Moritz Reinhardt. Der wird hier griechisch-römisch sozusagen getackelt. Und weg ist er. Dagfuss verliert den Kugel. Und dann will er nochmal ran. Aber weiter geht's. Schon wieder Elversberg. Na, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Er hätte auch Vorteil laufen lassen können. Ja, der hat sogar für uns gepfiffen. Hat sogar für uns gepfiffen. Ja, gut. Ich weiß nicht, was er gepfiffen hat. Aber er pfeift ja vieles falsch. Ja, ich glaube, man sollte aufhören, die Pfiffe in Verbindung mit irgendwelchen Aktionen auf den Platz zu bringen. Einfach nur akzeptieren. Manchmal pfeift er für uns. Manchmal gegen uns. Ja. Und meistens ist es merkwürdig. Ja, ja. Zuschauerzahl. Jetzt sind wir gespannt. Also, wer recht hat. Ja, 7744. Das ist weniger, als die meisten gedacht haben. Aber immer noch eine riesen Kulisse. Und jetzt hat er wieder gepfiffen. Und jetzt hat er wieder gepfiffen. Meine Herren, Stürmerfaul oder was hat er denn da jetzt gesehen? Stürmerfaul im Strafraum. Vielleicht hatte der Anders die Haare nicht richtig gerichtet und durfte deswegen nicht weiterspielen. Ich weiß es nicht. Ich habe leider den Zuschauertipp gewonnen. Ja, leider hast du gewonnen tatsächlich. Leider. Ja. Ja. Tja. Mein lieber Mann. Also, 67 Minuten, 30 Sekunden gespielt. 0 zu 2 aus offenbarer Sicht. Elversberg führt. Und sie spielen bärenstark. Auch wenn der OFC jetzt in den letzten fünf, sechs Minuten doch, muss man sagen, ja, zumindest alles, alles tut. Überhaupt muss man sagen, kann man im OFC wenig Vorwurf machen. Und klar, nach der Halbzeit, da war mein Tiefschlaf. Und das war das, ja, ich will nicht sagen vorentscheidend, aber zumindest sehr, sehr üble 2 zu 0 aus unserer Sicht. Und, na ja. Aber die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Und vielleicht müssen wir es wieder herbeireden, oder? So ist es. Vielleicht müssen wir die Aktion wieder schönreden, Lars. Ich weiß nicht. Schönreden. Herbeireden. Schön ist alles, was der OFC macht. Aber, oder manchmal, oder meistens. Was uns bisher sehr oft geholfen hat, war der Blick Richtung rot-weiß Essen. Also immer, wenn wir uns mit rot-weiß Essen vergleichen haben, dann ging noch was. Wir sind noch bis zur 97. Minute gespielt. Gestern habe ich gelesen, irgendein Team hat in der 98. Minute das Spiel gewonnen. Ich glaube, 2. Liga oder 3. Liga. Schauen wir mal. Jetzt erst einmal der OFC unterwegs, dort mit Marcos. Muss allerdings umdrehen, zurückspielen. Naja, die Elversberger, die haben es natürlich jetzt nicht so eilig. Stehen hinten gut gestaffelt. Versuchen aus der Defensive herauszukommen. Und das macht natürlich auch die Räume zu. Das macht sehr, sehr schwer für den OFC. Jetzt also weiterpasst Ronnen auf Dackfuß. Ja, kommt er da noch ran. Zumindest hat er das erstmal optimal gelöst. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und in die Mitte gespielt auf Kurz. Der versucht es jetzt. Ja, aber dennoch kommt der OFC. Also jetzt abgelegt von Kurzchen. Auf die linke Seite in die Mitte reingespielt. Und der Kecke von links, meine Herren. Jetzt ist was los. OFC, OFC skandieren sie wieder. Und jetzt kann, jetzt muss es doch irgendwann reingehen. Donnerschlag. Was denn? Der pfeift sogar Freistoß oder was? Ja, was? Ja, ja. So, ich wollte nur sagen. Weil der Marcos hat den Ball nach vorne getragen. Allerdings jetzt abgegeben auf Dackfuß. Der hat die Seite gewechselt. Der ist jetzt ganz hinten links. Und wird von dort den Ball reinschlagen. Und wenn jetzt das Ding reingeht. In der 70. Minute. Dann ist wieder alles, alles offen. Und das wollen wir beireden. Das wollen wir sehen. Und jetzt kommt er reingeflogen. Also, kurzer Pfosten. Na ja. Er ist nochmal abgewehrt auf Elfersberger Seite. Dann kommt er nochmal zurück auf Dackfuß. Schnell muss es gehen. Oder was macht er? Er hat gleich zwei um sich hier. Ja, erst einmal reingespitzelt. Kampagna. Ja, braucht auch die Drehung. Ganz zurück gespielt. Auf Weg Pede. Ja, da geht ein Raunen hier durch die Menge. Das ist schwierig, schwierig. Marcos. Rausgelegt. Und dann ist er weg, der Ball. Dann ist er weg. Und da gibt es auch noch Freistoß für Elfersberg. Ei, ei, ei. Ja. Kasper, lass uns nach Gründen suchen, warum wir das Ding noch gewinnen. Die Elfersberger machen jetzt erst einmal Party. Guck mal, die haben auf dem Platz jetzt hier einen Kasper. Ja, das ist ein Wasser hingestellt. Und viele, viele Fläschchen. Jetzt gibt es die Trinkpause, die offizielle. Also die haben sich sozusagen eingeleitet. Ja, es wird nicht einfacher. Nein, das stimmt. Also das Bemühen ist auf jeden Fall ganz klar zu erkennen. Das steht außer Frage. Wir versuchen schon Druck zu entwickeln. Wenn wir es halt über die Flanken und hohen Bälle versuchen, ist Elfersberg meistens da mit der körperlichen Robustheit dazwischen. Wir hatten gerade eben ein, zwei gute Aktionen. Wenn Matthias Pisalos schafft, den Ball da in die Tiefe zu spielen, dann kann ja ganz schnell der Anschlusstreffer fallen. Da hatten wir viel Platz, aber da ist ein Elfersberger ganz knapp noch dazwischen gekommen. Also die Räume sind da. Nur, Elfersberg schafft es eben noch, immer noch mit letzten Manne dazwischen zu kommen. Jetzt stehen gerade alle Jungen, stehen gerade um Daniel Scheuernagel herum. Wie ein Lehrer erzählt er denn jetzt, was zu tun ist. Alle nicken, alle sagen, Jungs, so wird es gemacht. Und wahrscheinlich hat er gemacht. Leute, ihr schießt jetzt noch drei Tore und die Elfersberger keins mehr. Ich glaube, das ist der Matchplan jetzt für die Schlussphase. So, machen wir es. Und weil das Spiel noch unterbrochen ist, sage ich es noch ein letztes Mal. Wir brauchen eure Unterstützung, damit wir das durchziehen können. Fanradio, es braucht 30 Unterstützer, dann haben wir die ganze Saison finanziert. Gibt ihr einen Rock und dann ist das Ding erledigt. 2x20 Euro ginge auch vor und Rückrunde oder Dauerauftrag 3,33 Euro. Die Kontoverbindung, die müsste eingeblendet sein, genau. Und dann könnt ihr das auch nochmal sehen auf der Fanradio-Website, fanradio-ofc.de. Ja, wir legen vor, ihr zieht nach. Und so haben wir es bis jetzt hinbekommen. Im 15. im Jubiläumsjahr wollen wir natürlich auch bis zum Ende für euch dabei sein. Jetzt geht es erst einmal gleich weiter hier auf Biebershöhen. Vorm Biberer Tor aus mit dem Elfersberger Schlussmann Frank Lehmann. Der hat erst einmal weit abgeschlagen. Und Mike Vetter, ja im Tackling, na ja doch, hat ihn schon geschubst. Er ist eineinhalb Meter nach vorne geflogen. Aber gut, ist es wie es ist. Ein schlimmes Foul war es nicht. Also, na gut, sagen wir es mal so. Kann man pfeifen, muss man nicht. Ich hätte es mir gewünscht, dass er es nicht pfeift, aber... Ja, das stimmt. Fehlentscheidung war es jetzt nicht. Ich sage mal, internationale Härte, da wäre es durchgelaufen. Also gegen Wimbledon wäre das nicht mal ein rauen Gewicht. Nein, das ist ja klar. Aber wir sind natürlich hier in Deutschland und insbesondere in der Regionalliga. Da ist alles anders. Da ist sowieso alles anders. Da ist jedes Spiel immer alles anders. Also... Also der Ofze macht es spannend, denn er legt in der 73. Minute noch einmal 2 zu 0 zurück. Und wenn man es mal vom Ende sehen will, das heißt wir wollen ja noch gewinnen, dann passiert jetzt hier großartiges. Das wird eine großartige Geschichte, wenn das Ding am Ende 3 zu 2 steht. Kaspar, du Kleingläubiger, du Kleingläubiger. Leute, wenn das hier irgendwann noch 3 zu 2 steht, dann habe ich keine Stimme mehr. Dann reißt mir da alles, was ich da im Hals drin habe. Mike Vetter, ja, jetzt erobert den Ball zurück. Kevin Equile zurück auf Mike Vetter. Jetzt wird er wahrscheinlich die Linie lang spielen Richtung Bastian Kurz. Ja, der Ball kommt nicht ganz an. Also jetzt über die Tribüne, ne. Auf die Tribüne geschlagen. Also weit auf die Tribüne geschlagen. Der Ball ist im Haus. Einen Wurf gibt es für den UFC Mike Vetter. Ja, da ist natürlich viel, viel Wunschdenken dabei. Und gegen so ein Top-Team wie Elversberg, jetzt ein 2 zu 0 noch aufzuholen, das ist nicht sonderlich wahrscheinlich. Aber was ist schon wahrscheinlich? Wir glauben und hoffen und bangen bis zum Schluss. Und jetzt kommt der UFC auch mit Lovric. Die Luftwaffe über die linke Seite. Dann kommt die Flanke vorne rein. Der Kleinste, der versucht dann vorne mit dem Kopf da etwas zu machen. Das war kurz, frisch eingewechselt. Aber am Ende hat er keinen Druck dahinter. Und so ist es wirklich kein Problem hier für Frank Lehmann, den Schlussmann. Der Elversberger die Kugel aufzunehmen. Der schlägt die jetzt auch schon wieder weit nach vorne Richtung Delangelo Williams. Igpide gewinnt aber gegen ihn das Kopfballduell. Der zweite Ball ist aber sofort wieder bei den Elversbergern. Da sind sie einfach geschickter im Nachrücken, muss man sagen. Igpide, ja, packt sich da jetzt rein. Versucht da irgendwie den Ball zu gewinnen. Aber hat er leider nicht das nötige Glück. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Jetzt kommt Elversberg, Sinan Tekerci, linke Außenbahn. Aber Fisalo hat aufgepasst. Und das ist wieder Suero Fernandes, der dazwischen geht. Aber wir kriegen zumindest ein Wurf auf unseren rechten Defensivstand. Die Schlussviertelstunde wird jetzt ein paar Sekunden vorher eingeleitet. Also 20 Sekunden vor Viertelstundenschluss sozusagen. Die Elversbergern sind schon bärenstark. Ganz klarer Fall. Ja, der UfC, der kämpft, der feiltet. Ob das ausreichen wird, das werden wir sehen. Jetzt kriegt Ronny Marcos gelb. Ja, auch eine sehr harte Entscheidung, würde ich sagen. Auch mit der bin ich nicht ganz glücklich. Ich finde, da muss man nicht gelb geben. Aber gut. Aber gut. Wenn er jetzt nicht groß beschwert, dann wird das vielleicht doch seine Richtigkeit haben. Der Elversberger bleibt da auch verletzt am Boden liegen. Es ist natürlich die Frage, ist das jetzt wirklich eine Verletzung? Oder ist das jetzt der Versuch, Zeit von der Uhr zu nehmen? Andererseits muss man sagen, das klingt jetzt ein bisschen hart. Aber so wahnsinnig nötig haben die Elversberger das jetzt nicht. Denn sie schaffen es gerade schon ganz gut, den Druck wegzuhalten vom eigenen Tor. Der letzte richtig gefährlich zielgerichteter Angriff von uns ist schon ein paar Minuten her. Ja, aber ich habe auch so den Eindruck, dass die Elversberger taktisch umgestimmt. Und zwar die Elversberger, die sie aufgestellt haben. Sie tun das Nötigste. Ich will nicht sagen, das ist verwalten. Das hört sich immer so negativ an. Aber sie spielen es einfach taktisch gut. Stehen jetzt ein bisschen tiefer. Machen das ganz bewusst. Und wenn die Chance kommt, dann wollen sie zuschlagen. Also wer will es ihnen verdenken? So musst du auswärts spielen. Und wenn du 2-0 führst, klar, alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das in Kamera eingefangen haben. Jetzt kam der Freistoß rein. Natürlich gab es sofort eine Wunderheilung, sobald der Betreuer auf dem Feld war. Das war die Trainerbank tatsächlich. Also das ist, ja, recht eindeutig, was für eine Art von Verletzung das war, würde ich sagen. Wir bauen jetzt hintenrum auf über Francesco Lofric. Elversberg läuft uns immer noch relativ hoch an. Wir versuchen es mit dem nächsten weiten Ball Richtung Anders Schala. Ja, aber die Kopfballduelle gewinnen sie halt immer. Deswegen sind die langen Bälle kein wirklich hilfreiches Mittler. Aber jetzt über den zweiten Ball, über Bastian Kurz. Netsch mit dem Dackfuß schaltet sich da wieder ein. Wieder sehr umtriebig heute. Moritz Reinhardt, das war niemand! Nein, 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 nein! Das hat Moritz Reinhardt ganz fantastisch gemacht. Ganz fantastisch gemacht. Das war nie und immer ein Foulspiel. Eieiei, da regt sich der Kollege auf. Irgendwie auch zurecht. Nein, nein, da war er wirklich klasse dran. Und hat die Drehung genutzt, um den Ball hier wegzustipitzen und in die richtige Richtung zu leiten. Und nein, da pfeift er wieder. Stürmerfoul, das gibt es doch nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Und so ist die Möglichkeit dahin. So kann, so wird das nichts werden. Das ist ... Nein, da sage ich jetzt nichts zu, was das ist. Also Freistoß jetzt. Ja, das ... Was pfeift er denn jetzt? Ich werde bekloppt. Also, 20 Yards Raum gewinnen für Elversberg. Warum? Ich kann es nicht erklären. Weil der Mike Petter scheinbar offensichtlich überharte in den Zweikampf reingegangen ist. Es war ein ganz normaler Zweikampf. Und der Sinan Tekerci ... Nein, das wurde auf offenbarer Seite zu festgegen den Ball gedreht. So ist es. Jetzt gibt es nächsten Freistoß, diesmal gefährliche Position. Jetzt kommt der reingeschlagen auf den zweiten Pfosten hin. Aber da ist zum Glück niemand. Ball geht ins Tor aus. Das waren jetzt schon wieder so zwei Schiedsrichterentscheidungen und das war so. Das war so. Aber ... Na ja, ihr könnt euch denken, was wir dazu denken. Ja, also die Zeit, sie läuft uns ein bisschen davon. 78 Minuten gespielt. Wir kommen jetzt in die 79. Minute. Das heißt, zwölf Minuten noch offiziell zu gehen. Da wäre noch Zeit. Aber, 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 jetzt muss ganz schnell etwas passieren. Denn wir müssen ja nicht ein Tor aufholen. Wir müssen ja mindestens zwei Tore aufholen. Na ja, und das gegen so ein Top-Team. Ich weiß nicht. Sag mal so, das ist jetzt das dritte Spiel, wo ich die Prognose wagen würde. Das ist auch ohne rot-weiße Brille etwas, wo man sich über den Schiedsrichter ärgern darf. Ja, die anderen waren natürlich noch spektakulärer. Das muss man schon sagen. Aber, er versucht so ein bisschen das Niveau zu halten. Ja, ja. Er fügt sich gut ein. Er fügt sich gut ein. Wir wollen ihm da natürlich nichts Böses unterstellen. Aber, sagen wir mal, dass sie den Frust der Offenbacher auf sich ziehen, das ist sehr klar. Ich glaube auch nicht, dass das böse Absicht ist. Ich glaube einfach. Aber jetzt die Möglichkeit für den FC. Breinert. Noch einmal Mike Vetter. Der mit großen Schritten versucht jetzt über die rechte Seite. Ecke, Ecke, Ecke. Von der rechten Seite wird's geben. Also großer Einsatz von Mike Vetter. Und jetzt geht dort Sebastian Kurz hin. Der will die Ecke schlagen. Ich wünsche mir von dir, Lars, eine Ecke, die nicht halb hoch auf den ersten Pfosten kommt, sondern mal woanders hin. Das stimmt. Halb hoch Ecken, die finde ich ganz, ganz schrecklich. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht kommt sie wirklich gefährlich. Jetzt hat er zumindest die Hand gehoben. Ecke. Ecke. Ganz schlimm. Und jetzt die Elbersberger. Die sind natürlich eingeleitet durch diese Ecke. Jetzt ganz gefährlich dort vorne. Vor dem Tor. Und jetzt, pass auf, was er jetzt pfeift. Man muss ja immer, wenn die fallen, erst mal gucken, was der Schiri macht. Aber er hat nicht gepfiffen. Auch wenn sie nicht fallen, muss man gucken, was der Schiedsrichter macht. Das bietet sich immer an. Der ist immer wieder für Überraschungen gut. So kann man es ausdrücken. Was für eine schlechte Ecke, oder? Ich kann das nicht verstehen. Wie kann denn ein Spieler kurz und halb hoch spielen? Das muss doch möglich sein, eine Ecke ordentlich hoch reinzuschlagen. Ich meine, der Gedanke ist nach. Das ist doch nicht beabsichtigt. Es ist doch nicht Absicht, kurz und halb hoch zu spielen. Naja, wenn du halt weißt, dass die Elversberger jeden Kopfball da hinten in der Innenverteidigung gewinnen, dann versuchst du halt andere Wege zu finden. Dass der Weg jetzt aber nicht funktioniert, das müsste doch so langsam mal angekommen sein. Dann muss man vielleicht nochmal was anderes finden. Vielleicht ganz kurz ausführen und dann versuchen irgendwie auszuspielen. Vielleicht ist das mal der Weg. Jetzt aber erstmal Kopfball, weil die Kampagna gewinnt. Aber der zweite Ball, der ist immer wieder bei den Elversbergern. Die kommen jetzt Sinan-Tikerci, linke Außenbahn. Treibt das, der würde ihn jetzt gleich in die Mitte reinbringen. Das war wichtig. Jetzt können wir vielleicht mal den Gegenangriff setzen über Ronny Marcos. Aber da rücken wir zu langsam nach. Da rücken wir zu langsam nach. Wo soll er hinspielen? Muss zurückspielen, er muss zurückspielen. Aber das ist jetzt so ein bisschen untergegangen eben. Das war nämlich eine Glanztat von Trabant. Das muss man ganz klar sagen. Da floh er in die linke Ecke. Hat den Ball noch rausgeholt. Sonst wäre hier auch Schlimmeres passiert. Eieiei. Neun Minuten noch offiziell zu gehen. Und das ist Pesalo rechts rausgelegt. Auf Dachfuß. Ja. Mike Vetter wird wohl einwerfen, ganz klar. Dachfuß orientiert sich nach vorne. Auch Reinhard wieder unheimlich wuselig heute gewesen. Ja, Mike Vetter, was macht er? Ja, wo soll er hinspielen? Ja. Jetzt vielleicht da auf Pesalo. Ganz vorne. Er geht jetzt bis zur Ecke. Hat gleich zwei um sich herum. Einwurf wird es geben. Schnell ausgeführt auf Mike Vetter. Er hat jetzt ein bisschen Platz. Jetzt muss er schnell flanken. Genau das macht er auch. Ja, vielleicht Marcos zieht er ab. Eieieiei. Siebtes Stockwerk, siebtes Stockwerk. Eieiei. Bei 14 Meter und 28 Zentimeter übers Tor. Ja gut, aber ich mache ihm gleich... Er muss ihn draufhalten. Er muss ihn draufhalten und dann ist natürlich das Risiko da, dass der so dämlich rüber geht. Elversberg wird wechseln. Die werden Kevin Lahn bringen. Sinan Tikerci wird dafür gleich den Platz verlassen. Das habe ich gerade eben schon auf der Anzeigetafel erspielen können. Ja. Immerhin, das freut mich, dass er jetzt nicht noch zehn Kilometer über den halben Platz gehen muss, sondern dass er tatsächlich schon am Rande steht. Das heißt, der Wechsel hat jetzt keine zehn Jahre gedauert. Aber jetzt haben wir noch einen kleinen Hoffnungsschimmer bekommen. Hallo Lars, hallo Kasper. Falls es daran liegt, dass die fränkischen Ländepunkte fehlen, die fehlen nicht mehr. Ich bin bei uns und es wird noch etwas gehen. Nur der UFC schreibt der Klaus Rösner. Ja, Glenderpunkte nach Franken, die Karpfenhupfen im Teich. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja doch noch. Aber, 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 viel Zeit hat der UFC nicht mehr. Siebeneinhalb Minuten noch ganz genau zu sein in der offiziellen Spielzeit. Und dann müsste jetzt schnell etwas passieren, damit am Ende noch etwas zählbares kommt. Denn wir brauchen ja Minimum zwei Tore. Ja, Reinhard kommt aus dem Abseits, das sehe ich jetzt schon. Ja, 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 das passt. Abseitsentscheidung. Und ja, wir schaffen es immer mal wieder mit Flanken und so weiter Richtung Elversberger Tor zu kommen. Aber es liegt jetzt nicht direkt in der Luft, der Anschlusstreffer Lars. Wir haben übrigens exakt fünf Elversberger Fans auf der Fansitztribüne. Exakt fünf. Kann man gut zählen, da sieht man gut, ne? Aber ansonsten muss man sagen, der Auswärtsblock ist für das, was die Elversberger sonst als Fans haben, ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ja, 100 Fans dabei. Also das haben wir schon erlebt. Zwei Busse. Eben. Respekt. Ja, ja, aber wenn man überlegt, dass Elversberg ungefähr so groß ist wie Biber. Zwei VW-Busse, oder? Ja. Jetzt gibt es den nächsten Freistoß für Elversberg. Ja, 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 nochmal ein Freistoß. Ja, 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 das Ganze. 26 Meter diagonal bis zum Tor. Linke Seite Elversberg. Und Trabant, der gestikuliert und tut und macht. Aber ich habe gar nicht den Eindruck, dass da überhaupt jemand sich orientiert. Doch jetzt kurz dort hinten. Aber was ist das denn für eine Abwehr? Das für eine Mauer. Oh, Trabant hat ihn gefangen. Aber das war schon eine merkwürdige Abwehr. Denn das waren zwei Mann und die standen nicht zusammen. Die standen zwei Meter auseinander. Und was ist jetzt? Ja, schnell abwerfen, klar. Jetzt muss es schnell gehen. Und... Sagen wir mal, es gibt so ein paar Faktoren, weswegen es jetzt... Oh, Schala wird zurückgepfiffen. Also es gibt so ein paar Faktoren, weswegen es aktuell, Stand jetzt, danach aussieht, als würden wir heute das erste Mal ganz lange Gesichter haben nach Abpfiff. Auch wenn noch fünf Minuten zu spielen sind. Starke Elversberger Offensive, unfassbar Spielstreich. Da kommen sie jetzt schon wieder klarste durchkommend. Dominik Trabant hat den Ball. Die Ausfälle unserer stärksten Spieler, Kevin Pezzoni, Richard Weil. Das ist auf jeden Fall ganz schwer, würde ich sagen. Das kannst du nicht einfach so kompensieren. Und gegen so einen starken Gegner fällt das dann halt richtig böse auf. Dann tut das richtig weh. Und der Schiedsrichter, der heute, sagen wir es so, uns nicht wirklich weitergeholfen hat. Der Durkast seine dazu. Und jetzt der OFC noch einmal mit Igg Piede. Ah, was ist denn jetzt? Freistoß, OFC. Vorne mal in einer kleinen Tribüne. Allerdings noch 29 Meter diagonal bis zum Tor von der linken Seite aus. Also, aber immerhin die Möglichkeit das Ding vorne reinzuschlagen. Ja, und da vorne stehen sie die Verdächtigen, die üblichen Verdächtigen. Auch Igg Piede. Der steckt jetzt hoch. Ja, ja. Aber kurz davor eben auch Frank Lehmann. Der Schlussmann. Jetzt gibt es hier doch ein, ja, eine Fahrbredung zum, weiß nicht, für den Urlaub gemeinsam zwischen Reinhard und Frank Lehmann, oder? Ganz klare, ganz klare Planen, Grillabend heute Abend einzuleuten. Ja, ja. Wer bringt das Bier mit? Du die Würstchen, nicht das Bier? Genau, genau. So ist es. Wobei hier ist ja, wobei das Glabfreu hier, das könnte man mitbringen. Das ist doch sehr vorzeigbar. Nächste Angriffsbemühungen von uns. Lofric geht damit in die Offensive nach vorne. Lofric, guck dir an, die Wunderwaffe, die Luftwaffe. Der steht jetzt vorne, macht den Stürmer. Und hinten, da steht Marcos, da steht Igg Piede. Und da steht Kampagna. Nee, nee, der Lofric, der will doch unbedingt. Und er kann es ja, das hat er ja mehrfach bewiesen. Aber jetzt schauen wir, es wird nochmal einen Wurf geben für den OFC. Und wenn nichts geht, dann irgendwie über den Standard vielleicht. Schauen wir mal, jetzt erst einmal einen Wurf. Das kann ja auch so etwas wie ein gefährlicher Freistoß sein, aber der sieht erstmal nicht so gefährlich aus. Überhaupt nicht gefährlich war der, denn der geht sofort ins Tor aus. Und so bleibt es beim 2 zu 0. So, Elversberg wird nochmal wechseln. Die wollen nochmal Zeit hier sozusagen runterlaufen lassen von der Uhr. Ich wüsste noch ein letztes Mittel. Jedes Mal, wenn unser Medienteam runtergegangen ist zum Spielfeldrand, dann ist noch was passiert. Vielleicht müssen wir die gleich nochmal runterschicken an das Spielfeldrand. Sofort gehen jetzt. Ja, ja, dann müssen wir jetzt sofort. Sie gehen, sie gehen. So, sie gehen los. Also wenn es jetzt fällt, dann wisst ihr woran es liegt. Also Netsch mit Ihnen, Dackfuß. Letzter Wechsel noch bei Elversberg. Aber wir schauen hin, Eckball, Eckball, Eckball wird es geben. Ja, aber der ist noch gar nicht drin. Die Auswechslung ist noch gar nicht vollzogen. Aber der OFC, der kommt jetzt mit dem Eckball. Also jetzt ist die Auswechslung auf Elversberger Seite vollzogen. Der geht natürlich auch ganz, ganz hinten rein. Der soll da hinten aushelfen beim Torwart hier an den zweiten Pfosten läuft da. Und Dackfuß, der bekommt jetzt hier vom Linienrichter nochmal Instruktionen. Was soll denn das? Was wird denn das jetzt? Jetzt darf er dann endgültig doch ausführen. Zugütig, zugütig. Und da kommt da reingeflogen. Auch kurz und halb hoch. Ah, was sage ich? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht kommentieren. Ich kann das nicht kommentieren. Ja, es funktioniert halt nicht. Vielleicht schießen wir irgendwann mal ein Tor damit. Aber heute auf jeden Fall nicht. Das ist sicher. Kampagna geht mit dem Ball ins Tor aus. Ärgerlich. Also, ja, heute läuft es nicht. So muss man es einfach attestieren. Das müssen wir unserer Mannschaft zugestehen. Ja, zweieinhalb Minuten noch offiziell zu spielen. Und es ist nicht lustig. Denn im Moment sieht alles so aus, dass wir erstmals nicht punkten werden. Und viel schlimmer noch. Es sieht so aus, als ob wir die erste Heimniederlage kassieren. Man will es ja gar nicht denken. Man will es nicht aussprechen. Aber dass sich dieses Team hier auf Elversberger Seite, die hier grandios gespielt haben, das kann man nicht anders sagen, die Butter vom Brot nehmen lassen, ich weiß nicht. Aber unseren Jungs ist immer alles zuzutrauen. Weg ist er. Das ist auch wirklich ganz stark im Zweikampf von den Elversbergern gemacht. Also, da ist er kurz quasi schon vorbei. Und mit einer Grätsche im Fallen holt er den Ball noch komplett fair. Da muss man einfach sagen Chapeau. Elversberg war heute stärker als wir. Mal schauen, ob sich das im Laufe der Saison dreht. Aber da kann man nichts anderes machen, als den Hut zu ziehen und zu sagen, wow, das ist richtig, richtig, richtig stark. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es ein stärkeres Team in der Liga geben wird. Vielleicht Saarbrücken. Das werden wir sehen. Ja, Saarbrücken vielleicht auch noch. Aber das ist schon, ja, das ist schon eine ganz besondere Klasse, die die haben. Jetzt wäre natürlich spannend gewesen, zu sehen, wie es ist, wenn wir da hinten einen Kevin Pezzoni haben. Jemanden, der die Abwehr zusammenhält. Davor einen Richard Weil, der auch mal in solchen Spielen dann die Mannschaft zusammenhalten kann. Ob das dann besser läuft. Aber mit dieser wirklich dünnen Kaderbesetzung, die wir heute leider haben. Also mit den vielen Ausfällen. Unsere zwei Stamm-Innenverteidiger rot gesperrt, auf fragwürdige Art und Weise. Unser Kapitän, unser zentraler Mittelfeldmann verletzt. Ja, das hat dann halt dazu geführt, dass wir es heute nicht geschafft haben, Elversberg in Zaum zu halten. Ja, die Schlussminute, sie läuft offiziell noch 35 Sekunden. Und der UFC nochmal mit dem weiten, weiten Schlag vorne rein in die Elversberger Hälfte. Aber die abgebrüht, abgebrüht, muss man sagen. Auch wenn es eng wird, sind sie da einfach eiskalt mit großer Übersicht. Ja, die offizielle Spielzeit, sie ist jetzt in fünf Sekunden passé. Da ist die 90 Minuten Zeit komplett um. Wir sind ab sofort in der Nachspielzeit. Ja. Und es ist ruhig geworden. Die Elversberger, die kleine Schar, die feiert, klar. Wer will es ihnen verdenken, für die ein absoluter Festtag vor so einer Kulisse hier zu gewinnen? Ja. 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 Sie sind in Ordnung. Nur 2 zu 0. Weil der UFC auch richtig gut gekämpft hat. Aber das ist... Was halt auch als Faderbeigeschmack bleibt, ist, dass der Schiedsrichter jetzt auch gerade schon wieder eine klare, klares hohes Bein der Elversberger nicht gesehen hat. Es zieht sich bisher wie ein roter Faden durch die Saison, dass der Schiedsrichter schwierige Entscheidungen trifft. Für uns schwierige Entscheidungen, sagen wir es so. Wobei dieser Freistoß jetzt, der geht in Ordnung. Netsch hat sich da richtig reingedreht in den Gegenspieler. Und so verrennen die letzten Sekunden hier. Ich denke mal, es gäbe zwar, jetzt kommt noch mal Elversberg, rechte Außenbahn, vielleicht kommt die Flanke nochmal rein. Es gäbe zwar ein bisschen Grund, noch ein bisschen was nachzuschauen. Jetzt zieht er sogar nicht mehr, geht er da vorbei. Oh, Eigentor, Mike Vetter. 3-0, das war's. Ende. 3-0. Gewinnt der SV 07 Elversberg, die SV 07 Elversberg hier in Offenbach. Im Grunde ist alles gesagt. Was sollen wir noch sagen? Ja, also man kann unseren Jungs keinen großen Vorwurf machen, aber man hat einfach gesehen, Elversberg ist ein Jahr weiter als wir. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Wir sind ein Jahr weiter, ein Jahr eingespielter. Wir haben vielleicht eine vergleichbare individuelle Klasse wie Elversberg, aber die sind halt einfach das eine Jahr mehr eingespielt. Die hatten letztes Jahr das Jahr, was wir jetzt haben, sozusagen neue Mannschaft zusammengekommen. Und jetzt greift alles ineinander bei Elversberg. Und so gewinnen sie verdient. Also für mich der absolute Top-Favorit auf der Liga hier. Und klar, die Saison ist lang und ja, unsere Mannschaft kann sich noch steigern, wird sich noch steigern. Und da nochmal die Chance. Und auch das klappt nicht mehr dann, obwohl Rainer das brillant gemacht hat. Und jetzt ist der Klasse noch einmal mit der Flanke dort vorne rein. Schaller mit dem Kopfversuch, Kopfballversuch, kurz versucht, die Ball nochmal rein zu flanken. Aber es ist ja jetzt ohnehin erledigt. Ja, was gibt es jetzt nochmal frei Einwurf für den OFC? Wäre eigentlich auch Freistoß die richtige Entscheidung gewesen. So. Unnötige Härte jetzt noch vom Elversberger nochmal. Wenn es da jetzt kein Gelb gibt, dann ja. Aber es gibt kein Gelb, es gibt kein Gelb. Also das hältst du im Kopf denn aus. Also dieser Schiedsrichter. Das ist unglaublich, unglaublich. Vor der Waldemerkleit-Tribüne haut er den hier über die... Also es ist schwer zu erklären, was er da entscheidet auf dem Feld. Sehr schwer zu erklären. Kommt nochmal Freistoß reingeflogen jetzt. Rausgeköpft von den Elversbergern. Vielleicht nochmal Distanzschuss. Kevin Ickpide bringt den Ball nochmal raus. Links rausgelegt. Vorhin Bastian Kurz auf Luigi Campagna. Vielleicht kann man die Flanke nochmal setzen. Vielleicht nochmal zum Ehrentreffer zu kommen. Bastian Kurz schöne Drehung. Campagna zieht ab. Und nochmal gehalten. Nochmal der Ball rein. Andes Schala. Ja, gut. Das wird es jetzt wohl gewesen sein. Also war nochmal eine gute Möglichkeit für den OFC. Aber das war es. Ja, Schiri pfeift jetzt ab. 3-0 gewinnt. Elversberg in Offenbach. Wir sind bedient. Und verabschieden uns am Mikro. Sagt Tschüss Lars Kistner und Kaspar Laug. Ciao, ihr Leute. Bis zum nächsten Mal. Gi dónde? Bis zum nächsten Mal.